Und damit herzlich willkommen erstmal noch im Stronghold Ladebildschirm im Wartebildschirm. Ja, zum ersten Livestream nach meinem Umzug. Postumzug quasi. Und, äh, mach ich mal den Chat gescheit. Mir kommt es irgendwie, es war eigentlich in Anführungszeichen nur etwa ein bis anderthalb Monate, aber es kommt mir irgendwie vor, als wäre ich ein Vierteljahr weg gewesen oder so. Wahnsinn. Zumindest müsste ich mich erstmal umgucken, wo jetzt nochmal was war und was ich machen muss. Okay, heute Abend Empire Earth Abend. Ich habe extra geschaut, ob ich das Spiel zum Laufen kriege. Gescheit. Es war gescheit als damals. Äh, man hört mich, man hört mich. Wunderbar. Dann mal Hallöchen an alle, die sich einfinden. Okay, das sieht ganz gut aus. Alles klar. Wir starten mit diesem Bildschirm aus einem guten Grund, denn ich habe alles versucht und ich kriege Empire Earth nur über Bildschirmaufnahme aufgenommen. Über OBS. Was bedeutet, ja, wir starten gleich das Spiel gemeinsam. Ich meine, weil ich ja gerade sage, von wegen, äh, hier länger weg oder so. Ich meine, die Leute, die jetzt einfach nur Videos gucken, merken eh keinen Unterschied, weil ich ja so lange vorproduziert habe. Es sind immer noch ein paar Videos da. Zumindest, ja gut, jetzt, jetzt ab nächste Woche gibt es wieder einen neuen Stoff. Aber ja, warten wir mal ein bisschen, bis ein paar Leute da sind, dann können wir den ganzen Spaß starten. Ah, wisst ihr was? Es gibt gar keinen Grund, hier lange rumzudödeln. Äh, machen wir mal dies hier weg. Die Musik brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen ein bisschen Empire Earth-Stimmung, würde ich sagen. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel nur einmal kurz gestartet. Also, das heißt, einmal kurz ein paar Mal gestartet, um mit der Version herumzuprobieren. Und mit dem Patch, den ich installiert habe. Ähm, und alleine die Hauptminimusik hat mir wieder so einen Ohrwurm gegeben, das ist Wahnsinn. Ah, aber gut. Dann starten wir. Zusammen, äh, hier Neo Empire Earth, was ich starten muss. Weil ich benutze die ersten, also für alle Leute, die fragen, ich benutze die GOG-Version. Ähm, gepatcht. Zu welchem Patch? Ich würde sagen, wir gucken... Ich weiß nicht, ob das zu laut ist. Ich glaube, das ist zu laut, oder? Na, ganz ehrlich, wir lassen das Intro mal laufen. Im Lauf der Geschichte war nur wenigen die Macht beschieden, das Schicksal ihrer Zeitgenossen zu bestimmen. Stammeshäuptlinge und mächtige Schamanen. Admirale und Kapitäne. Generäle und Staatsmänner. Krieger und Tyrannen. Äussnnn. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Jetzt ist es besser, oder? So, okay, dann... Äh... Da. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt auch einen Patch installiert, der jetzt auch die Auflösung optimiert. Denn... Ich musste auch extra... Äh, pass... Ach, hat's vorher gepasst? Ansonsten sollte ich's... Äh... Also, wenn ich's wieder lauter machen soll, sagt Bescheid. Aber ihr dürft nicht vergessen, die Musik wird noch lauter. Ich würde sehr gerne mehr spielen, aber ich bekomme die Auflösung nicht höher. Ja, ich weiß, was du meinst, Prinz-Reunde. Aber das allergrößte Problem ist, da habe ich jetzt auch ein bisschen recherchieren müssen heute über den Tag. Ähm... Die Auflösung ist im Hauptmenü, ändert die sich für gewöhnlich nicht. Und im Spiel macht's keinen Unterschied von dem... Von der Zoom-Stufe. Also, das Spiel war so nah ran gesoomt. Das Lustige ist, das Spiel... Du hast mehr Übersicht gehabt mit der alten 1024er-Auflösung, die ich auch Let's Played habe, als mit der Full HD-Auflösung. Da war einfach mehr vom Bild da. Und jetzt habe ich dann nochmal recherchiert und ich habe Möglichkeiten gefunden. Es gibt hier diese Neo-Imperial-Earth-Edition und mit der gibt es dann auch einen Auflösungspatch, der die Auflösung verbessert und den Zoom. Und ich habe auch, ähm... Damals, als ich es Let's Played habe, habe ich ja die CD-Version verwendet. Die hat irgendwie funktioniert. Naja, irgendwie mit den Abstürzen. Ähm... Das größte Problem mit der GOG-Version, weshalb ich die damals nicht verwendet habe, ist, dass die nur auf Englisch ist. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch mal nach ein bisschen recherchieren gesehen, dass es ein Deutsch-Patch gibt für die Gold-Version von GOG. Okay, dementsprechend verwende ich jetzt die GOG-Gold-Version von Empire Earth mit einem Deutsch-Patch mit der Neo-Empire-Earth-Edition, die jetzt einfach nur ein paar Spielereien für den Zufallskartengenerator hinzufügt, und diesem Zoom-Patch. Also ja. Ähm... Wo du den Patch findest, such einfach mal. Such einfach mal Neo-Empire-Earth-Patch-Download in Google, da müsstest du es eigentlich finden. Also, ist sicher, dass ihr mich hört? Ich muss gerade mal selbst noch ein bisschen leiser machen. Und ja, wir... Komm, ich muss mich auch umbenennen. Äh... Sagt es dir, du hast vor deinem PC aufzurüsten... Oh, jetzt kommt der Punkt vom Soundtrack, der auch einfach mega ist, ey. Das ist auch so ein Ohrwurm. Äh, Quatsch. So. Äh, vor deinem PC aufzurüsten, einen neuen zu besorgen. Wie ist dein PC jetzt aufgebaut, falls du geupgradet hast? Ne, der ist nicht mehr geupgradet seit damals. Es ist jetzt immer noch die GTX 89 Ti drin. Mittlerweile ziemlich veraltet. Ähm... 32 GB RAM. Und ich habe noch einen 7700K Intel. Äh, vier Kerne von Intel. Ob ich die Erweiterung spiele? Also, ich... Zu dem, was ich vorhabe. Ich meine, so cool die Kampagnen auch waren. Ich würde hergehen und Zufallskarten spielen. Und ja, übrigens, das ist eine Sache von diesem neuen Patch. Weil da neue Optionen für die Zufallskarte hinzukommen. Äh, muss man sich jetzt mit diesem Patch dann... Zumindest für Zufallskarten da mit diesem Server verbinden. Kurz, das ist doch nicht lange. Ja, okay. Ansonsten, Alter, ich glaube, es gibt jetzt viele neue Varianten. Hier, hyperaktiv, extrem, hybrid, so spiel. Ich glaube, wir lassen einfach Standardspiel. Das passt schon. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Es ist halt die Frage, wollen wir mal mehrere kleine Spiele machen? Wollen wir ein richtig großes machen? Und was ihr gerne sehen wollt. Wie viele, wie viele Spieler dabei sein sollen. Und so weiter und so fort. Alter, ganz ehrlich, die Haupt... Ganz ehrlich, ich könnte eigentlich schon fast einen Chill-Stream... In chillen Anführungszeichen, weil die Musik ist schon ziemlich episch. Ich könnte einen Stream machen, zwei Stunden lang nur Empire-Earth-Hauptmenü-Film. Und ich würde das als Content anerkennen. Das ist einfach... Mann, es gab mir wirklich eine Zeit. Also kurz bevor ich mein Empire-Earth-Let's Play gemacht habe. Auch einer der Gründe, warum ich es dann gemacht habe, 2014. Wo ich einfach mal wieder auf den Soundtrack gestoßen bin. Und ich habe den gesamten Empire-Earth-Soundtrack so hoch und runter gehört. Und... Äh, ist das... Also ein Empire-Earth-Haupt ist eines dieser Spiele mit einem Soundtrack. Du hörst das einfach wieder an. Du hörst es dir einfach an und hast sofort Bock auf das Spiel. Das ist Wahnsinn. Wunder für Sieg am besten sehr hoch. Das ist ja die Frage, vielleicht kann man es sogar ganz ausmachen, ne? Aber ansonsten... Ah ne, man kann es auch ausschalten. Aber man kann auch einfach 10 machen. Ohne Cheat... Gibt es Cheats? Ah so, ja. Ich wüsste die nicht mal. Ich glaube, ich habe da bei meiner CD-Version, die ich habe von Empire-Earth, habe ich glaube ich so einen kleinen Aufkleber drin mit Cheats, die es da gab damals. Aber ich habe das nicht mal griffbereit. Also ich könnte nicht mal welche verwenden, wenn ich wollte. Okay. Äh, was? Acht, sechs. Äh, grün. Vier, jeder gegen jeden. Ah, ja, Deutschland ist als Fraktion. Wie wollte ich gerade sagen, ich glaube, ich glaube in Zufallskarten gibt es keine Fraktionen, oder? Ich glaube, da macht sich doch jeder eine Eigenbau-Fraktion. Irgendwie so. Aber ganz ehrlich, Empire-Earth ist auch eins dieser Spiele, das extrem von der Definitive Edition profitieren würde. Finde ich zumindest. Aber ja, ähm, ich würde mal sagen, Stadtbürger 20 ist ein bisschen hart. Wie weit geht das eigentlich? Also sogar Maximum. Ich glaube, fünf Tuns. Ich bin einfach ein bisschen Age of Empires geschädigt noch. Farben. Hm. Vermiss ich gerade. Ich meine, wir können auch dieses Schwarz nehmen, ansonsten wäre ich für Blü... So ein Weiß gibt es natürlich auch. Grau. Das ist auch ein interessantes Blau. Aber im Übrigen, ganz wichtig. Also es gibt ja sogar noch einige Leute, die aktiv in der Empire-Earth... Äh, ich muss bei Penini die selbst erstellten Siths benutzen, rausnehmen. Achso, äh, ah, Tatsache. Und wenn man jetzt nicht hat's, dann kriegt man eine vor. Gah, wo kann man dann welche einstellen, was für eine man haben will? Äh, nö, 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 nö. Schwierigkeitsgradmittel eigentlich herausfordernd wichtig. Ganz ehrlich, das ist das, was ich sagen will. Ich hab seit damals, seit dem Let's Play, seit 2014 nicht gespielt. Also, für die aktiven Leute von der Community, ähm, hab Mitleid. Ich bin nicht eingespielt. Aber ja, genau, das wollte ich noch vorhin sagen. Empire Earth, eine Definitive Edition. Das ist eine der Kandidaten. Also, neben Age of Mythology ist Empire Earth 1 dieser Spiele, wo ich sagen will. Das muss unbedingt noch eine Definitive Edition kriegen. Ach, Ingame bilden wir uns aus. Ah, okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Hm, 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 hm. Also, ich würde mal sagen, was die Zeitalter angeht, keine Frage, wir gehen durch alle durch. Ich meine, später können wir uns immer noch spezialisieren, wenn noch Zeit ist, dass wir spezielle Szenarien machen. Aber von alle Zeitalter durch finde ich wichtig. Jetzt sei die Frage, wie viele Leute wir haben wollen, ne? Und welche Farbe? Nehmen wir auch das Dunkelblau, äh, ne? Das Dunkelblau ist eigentlich... Ach, komm. Andererseits. Grün hat natürlich auch was. Ja, das, 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 da stimme ich dir zu, Draco. Also, Age of Mythology ist ein Zielspieler, das grafisch eigentlich echt gut gealtert ist. Das ist das gleiche wie mit Age of Empires 3. Age of Empires 3 hat auch noch eine Grafik gehabt. Ja, das hast du gar nicht grafisch updaten müssen eigentlich. Also, bei Age of Empires 2 hat man klar den Unterschied gemerkt. Bei Mainzer natürlich auch. Empire Earth würde auch davon profitieren, wenn man eine neue Engine hernehmen würde oder die Engine stark aufpoliert. Aber Age of Mythology ist auch so ein Spiel, das braucht es nicht unbedingt. Ach, oh Gott, das hat ziemlich... Ich habe gerade was getrunken, liebe Wunnen. Bevölkerung teilt sich durch die Anzahl der Spiele. Oh. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, gehen wir bei der Einheitengrenze sogar bis auf 1000 hoch. Ich denke mal, das sollte mein PC schaffen. Türkis hat auch was. Nein, es ist halt... Es ist kein wirkliches Türkis. Es ist eher ein hellblau. Türkis gehört ja mit so meinen Lieblingsfarben auch so hellblau so ein bisschen. Mach mal Facecam, das... Mit der Zeit kommt's. Keine Sorge. Jetzt aktuell... Ja, also rein theoretisch könnte ich sie anstecken, aber es ist noch nicht wirklich optimiert dafür, von allem her. Max Einheiten Limits. Ja gut, das... Das ist es ja, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich da ganz ehrlich zwischen 1000 und 1150 jetzt auch keinen großen Unterschied mehr, ne? Okay, dann... Ne, Moment mal. Da geht's ja noch runter. Oida, was? Wie viel? Äh, ja gut. Wenn der Spiel abstürzt, dann stürzt es halt ab, ne? Spielgeschwindigkeit können wir, glaube ich, Standard lassen. Das sollte erinnern. Mittel lasse ich einfach mal... Ich weiß nicht, wollen wir ein 2 gegen 2 machen? Viele Leute haben ja gesagt, 4 Spieler jeder gegen jeden. Das wäre auch eine Idee. Ja, wir können einfach mal 4 Spieler jeder gegen jeden machen, ne? Äh, gut. Niemand ein Team, da passt das ja. Dö, 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 dö. Ach komm, sind wir einfach grau. Äh, das ist, was Kimberly sagt, hä? Warum unbegrenzte... Oh, stimmt. Aber war das... War das bei Empire Earth nicht so, dass die Ressourcenquellen nahezu unbegrenzt waren? Ich bin gerade überlegen, wie war das eigentlich? Die haben doch lange gehalten, oder? Das gab ich nicht ewig, aber ich glaube, stimmt, also Nahrung war nicht unbegrenzt, aber ich glaube, Eisen und solche Sachen waren doch, glaube ich, unendlich, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Ich meine, Ressourcen keine. Deathmatch ist natürlich alle viel, Standard, Niedrigstandard, machen wir mal Standard hoch, oder? Hast du den Drecksmord? Ja, ich glaube, das war der Drecksmord, ja genau, konnte ich irre, das müsste der Drecksmord... Hört sich so ausgesprochen ziemlich kacke an, aber das ist zumindest, das war, glaube ich, der, der ja hier die Auflösung verbessert hat, ne? Achso, das sind die Stadtressourcen. Achso, ja gut, dann würde ich Standard niedrig sagen. Ah, gut, okay, das ergibt Sinn. Ich habe nur einen Stuhl, guck, ich lehne mich jetzt zurück und vor. Hört ihr irgendwas? Ich zumindest nicht, und das ist das Schöne. Ah, schon die Stoffe, ja, ja, ja. Okay, alles klar, alles klar. Gut, ich würde sagen, wir können starten, ne? Wir machen einfach zufällig vier Schwere, jeder gegen jeden, ne? Äh, vier, 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 äh, drei mittlere, vier insgesamt, sind zu viert. Vier Referee for All, Mittel... Passt. Ressourcen scale mit Mapgröße, ne? Ah, stimmt, die Mapgröße kann man noch verändern, weil Klein ist für vier Spieler ein bisschen wenig, würde ich sagen, ne? Mittel, Groß... Ich bin zwischen beiden am Überlegen, aber ganz ehrlich... Also würde ich mal sagen, winzig ist für zwei Spieler, klein ist für drei bis vier... Wie, mit... Mittel soll es mindestens sein, ja, vielleicht sogar groß, ne? Ich würde den alten Stuhl abkaufen. Tut mir leid, er hat es leider nicht überlebt. Aber irgendwann, wenn ihr wollt, könnte ich ein kleines Special machen. Ich habe nach, ähm, ähnlich wie meine Handyaufnahme jetzt zu meinem neuen Studio, ich habe damals vor, mal, bevor ich umgezogen bin, von meinem alten, ähm, Aufnahmeort, alles nochmal gefilmt, wie es war. Unter anderem hat man da den alten Stuhl gesehen. Also wenn ihr wollt, kann ich das auch mal irgendwann raussuchen und schneiden. Nur Holz ist begrenzten, Nahrung ohne Silas, der Rest ist quasi unendlich, alles klar. Für vier Spieler ist Mittel gut. Okay, alles klar, dann machen wir Mittel. Und ich würde sagen, da können wir langsam starten, denn... Die KI cheated so viel. Selbst auf normal? Hm. Was mit Tabs passiert ist, und der Tabs war jetzt hauptsächlich Umzugspause, aber... Es ist sehr gut möglich, dass Tabs fortgeführt wird. Ich möchte es mal so sagen. Zusammen mit einem möglichen Taperian Sun, let's play. Das ist auch mal so nebenbei angemerkt. Okay. Dann... Würde ich sagen... Können wir starten, ne? Wenn wir ein bisschen früher fertig sind, dann können wir noch eine weitere Runde machen, oder zwei. Kann ja nur schief gehen. Okay. Dann starten wir den Spaß. Wie gesagt... Bitte pardon. Pardon im Karton. Dass ich... Und hier seht ihr die hohe Substufe jetzt. Da sieht man auch was, ne? Ähm... Ach ja. Machen wir mal drauf, Bewohner. Ganz ehrlich, mit Hotkeys, ich hoffe, ihr versteht, dass ich da nicht allzu... Ähm... Versiert bin, weil ich... Ich hab höchstens die von... Äh... Age of Empires im Kopf, und das bringt mir nicht viel. Ich durfte... Äh... Äh... Ist die... Ist das Spiel wenigstens... Ah, das Spiel ist passiert, während ich drin bin. Okay, gut, 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 gut. Gut, dann gu... Jetzt hab ich antikes Griechenland! Ah! Ich möchte nochmal neu starten, bitte. Ich wollte mich erstmal umgucken. Ankerlichten? Genau. Ah, die Musik. Okay, Zivilisationen wählen. Ah, also. Äh, Belagungswaffen... Infanterie, Sperrkämpfer, Kavalerie, Sperrkämpfer, Fregatten, Kreuzer... Ja, da hab ich halt vor allem in der Antike sehr viel Bonus. Und gut, wer hätte es gedacht, dass ich eine Antike viel Bonus hab, wenn ich antikes Griechenland nehme? Ja, gut, das ist ja sogar nach... Nach... Das ist sogar nach Zeitaltern gekennzeichnet. Das ist... Das ist auch ganz interessant. Da kann man dann je nachdem eine Strategie nehmen, von den Zeitaltern her, je nachdem, ob man jetzt wirklich waschen will, also wirklich sehr früh reinhauen will, ob man es im Mid-Game macht oder im Late-Game. Asyra, Babylon. Gibt's irgendeinen Wunsch? Einer hat geschrieben, Deutschland soll ich machen. Ich mein, gut, okay, der Farbe, die ich jetzt hab, wird sogar passen. Oder Österreich oder sowas. Österreich vor allem im Mittelalter, find ich interessant. Na gut, okay, wegen Industriezeit, Alter, wahrscheinlich. England ist das Gleiche. Das Osmanische Reich. Ah, die Bürger haben ja Reichweite, ich wollte gerade schon sagen. Aber Infanterie hat 20% mehr Reichweite, das ist heftig. Was hat Deutschland? Oh, vor allem Flugzeuge. Bomber sind, können lange an der Luft bleiben, mehr Angriff. Panzer sind stärker. Und die haben doch, glaube ich, auch die deutschen Infanteristen als Spezialeinheit. Soweit ich mich erinnere. Großbritannien. Gemein, England ist zweimal vertreten. Äh, Deutschland oder Frankreich. Okay, Deutschland oder Deutschland, ich sehe sehr häufig durch Deutschland. Bayern, ja klar, ich nehme bei. Wir sind ja nicht bei Cossacks. Italien, was haben die denn? Belagerungswaffen, Feldgeschütze. Ah, okay. Russland. Gebetscheid, ich weiß nicht, Belagerungswaffen. Infanterie, Bauzeitsenkung, ja natürlich. Vereinigten Staaten. Digitales bisschen Annozeit, Alter, ich, China. Russland. Rebellentruppen. Rebellentruppen einfach mal durch die gesamte Zeit führen, ne? Das ist eine gute Frage, wogegen die eigentlich rebellieren, wenn es durch die ganze Zeit geht, aber ja. Na gut, okay, die meisten haben gestritten Deutschland, dann nehmen wir Deutschland. Gehen wir nochmal kurz durch. Vor allem Panzer und Flugzeuge und Bomber sind da stark. Bei Frankreich war es ja die Infanterie, ne? Infanterie, okay, Geschütze auch, ja. Aber auch Mauern und Töme sind Töme mit mehr Reichweite, das ist natürlich auch krass. Aber ich glaube, ja, Panzer sind stärker. Das muss man jetzt mal merken, mehr Steingewinnung. Ähm, Schiffe haben, sind stärker. Na gut, dann nehmen wir Deutschland. Ihr habt gewählt. Aber ganz kurz nochmal schauen, was wir in der Windrucknummer hatten. Ja, hauptsächlich auf Cyborg, das bringt... Aber allgemein, Infanterie, Distanzangriffe ist natürlich auch nicht schlecht. Angriff, Reichweite. Reichweiten-Bonus ist halt schon interessant, ne? Jäger, Bomber, Panzer. Angriff, Panzerung, Trefferpunkte. Also müssen wir auf jeden Fall Panzer machen. Okay, dann machen wir's. Äh, ja. Hier. Äh, kann ich auch... Ah, ich kann... Ah, Nahrung. Dann hab ich gesucht. Äh, Siedlung. Äh... Was anderes als Siedlung konnte ich gar nicht machen, ne? Um hier, ähm... Zu sammeln. Mach ich mal, ja. Ich hätte gerne Nahrung. Dankeschön. Ich vermiss den Speer. Übrigens, die Zoom-Stufe so weit raus ist nice, ne? Übrigens, falls ihr euch fragt, ähm... Man kann auch hier normaler Zoom-Modus... Da kann man so machen, wie man's kennt, dass man so nah rangeht. Äh, epischer Zoom-Modus. Okay, äh... Isometrischer ist der. Ich glaub, beim Isometrischen bleibe ich, weil... So häufig macht man das ja nicht. Äh, hier, bitte sammeln. Ich brauch viel Nahrung. Ich versuch zumindest da mal Age of Empires mäßig zu denken, im Sinne von... Wir brauchen genug Nahrung, dass die... Dorfbewohner auf lange Sicht... Ein Spürhund wär echt nicht schlecht. Ich brauch den Speer mal. Äh, das Ressourcen-Gebiet, die Nahrung geht leider ziemlich schnell leer. Kannst du nur die Gold-Holl ausbinden. Ja, wir... Ach, der kann stürmen. Man konnte ja sogar automatisch erkunden in dem Spiel. Ich glaub, es konnten nur sechs Leute an einem Ressourcen-Gebiet sammeln, ne? Ich... Irgendwie kommen so langsam die Erinnerungen zurück. Ähm... Bevölkerungszimmer... Ach du, der stimmt. Okay, okay, ja, klar. Natürlich. Machen wir nochmal was da drüben für Holz und für das Eisen. Äh, lieber... Oh Mist, ich krieg das Geld nicht zurückgestattet, wenn ich abreiße. Okay, okay, ich hab's gelernt. Steinmeer von Cointrick. Och, da ist eine Giraffe. So, erkunde mir mal. Dammit. Kann ja nur gut werden. Warum ist für Empire Earth nie ein würdigen Nach... Also, soweit ich weiß... Ich hab die aber nie großartig gespielt, aber soweit ich weiß... Waren ja die Nachfolger von Empire Earth... Das ist ja mit jedem Teil schlechter geworden, hab ich gehört. Der zweite Teil war eigentlich noch ganz okay und dann ging's bergab. Allgemein war es so eine Downward-Spiral quasi. Wie lange fällt ihr denn an dem Baum rum, sagt mal? Ah, okay, jetzt darf ich wieder... Äh, hier bitte so aufbauen. Für die Steinzeit brauche ich 11, 22 Nahrungsplätze. Das ist für eine komische Zahl. Ich hab da auch noch mal ein Spür und ich will gern noch mehr sehen. Giraffe! So, unten ist echt ne Menge Zeug, ne? So, jetzt geht mal her und macht hier die Bäume mal bitte. Auch ein primitiver Turm könnte man machen. Äh, wo sehe ich meine Bevölker... Ich brauch gar keine Häuser, ne? Das Bevölkerungslimit ist ja irgendwie schon auf Max. Also Haus kann ich schon mal nicht sagen, das ist doch gut. Was brauche ich für Krieger? Gold, okay, Eisen und Gold brauche ich schon. Okay, alles klar. Fangen wir einfach schon mal ein bisschen damit an. Hallo, zweiter Hund. Hauptsache, der Spürhund ist aber auch so ein deutscher Schäferhund. Als Geroffe kotzen muss echt eklig sein. Es ist eine gute Frage, ob die das überhaupt können. Pferde können sie ja beispielsweise nicht. Da kommt auch das Sprichwort. So, ich mach dann auch gleich noch hier unten ein Lager, weil ich glaube, das könnte sich ziemlich lohnen. Hier. Hier. Ansonsten bräuchten wir halt vor allem auch mehr Nahrung. Wir bräuchten einfach mehr von allem. Das ist Wahnsinn. Solange wir die ganzen Quellen halten. Machen wir es mal so. Konnten mehr als sechs ran? Ich weiß es gerade gar nicht. Schauen wir mal. Ah, es konnten nicht mehr als sechs. Ah, okay, dann hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Dann müsste ich mal die Giraffes jagen. Werde ich sie eigentlich? Oh, alles gleich. Yay, hol sie mir. Zwar ein bisschen weit weg, aber Hauptsache, die Nahrung kommt irgendwann an. Ah, hi. Nee, da haben wir schon mal. Oh Gott, der hat schon einen Tempel gebaut. Sag mal, geht's mir noch gut. Weiblicher Bürger von Babylon. So, du holst mir mal Gold, bitte. Hm. Dann mal glatt eine weitere Siedlungsstelle da oben, wo die weitere Nahrung ist. Vielen Dank. So. Gott, sammelt ihr langsam. Dieser Wahnsinn. Bin dir hätte von ein paar Zweigeschwindigkeiten gewöhnt. Okay. So, guck mal ran und bringt mir die Nahrung, bitte. Wir werden angegriffen. What? Alter, was? Tiger? Ah, mein Hund ist schneller. Ich hoffe, das Spiel läuft soweit flüssig, weil ich habe die Bildschirmaufnahme, das hatte bei Corsax 3 nicht ganze Funktion. Die haben schon einen Turm. Alter, Junge, wer im Glashau sitzt. Wir werden angegriffen. Oh, jetzt kommen die Tiger. Ich habe die Tiger immer noch hinten dran. Wir werden angegriffen. Das war Griechenland, oder? Nein, nein, nein. Assyrisches Reich. Wir werden angegriffen. Okay, die haben alle Early Game Völker gewählt. Also zumindest Assyrer und Babylonen, da weiß ich schon mal Bescheid. Bei denen habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich beide Hunde verloren. Toll. Wir gehen vor die Hunde, Leute. Wie alt warst du, dass du das Spiel gespielt hast? Also, Tobi, soweit ich mich erinnere, habe ich es echt so released das erste Mal gespielt. Mann, das war 2001. Da war ich elf. Elf bis zwölf. Nee, zehn bis elf. So. Ah, hier ist die Siegung in der Nähe. Hauptsache, die Giraffen einfach so Pferdegeräusche machen. Okay, die Ähnlichkeit ist ja ziemlich nah. Ich weiß nicht, wie die Pferde entstanden sind. Jack Norris ist mehr gegangen, hat ein Pferd, ein Roundhouse-Kick und das Kinn gegeben. Äh. So. Stein. Machen wir noch ein bisschen Gold. Doppelt sechs Nahrung. Sollte eigentlich reichen, dass ich jetzt hoffentlich mal mehr Nahrung reinbekomme, als ich verbrauche. Vor allem, wenn ich dann noch vier Jäger jetzt habe. So. So, einen Tempel könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Und komm, machen wir erst mal erst den Krieger. So, sechs, sechs. Da wird die Giraffe gerade noch ordentlich ausgenommen. Geh, Holzacken. Die Naum kommt immer so los. Es geht alles so lang. Das haben wir verglich der Welt. Das ist einfach alles wahnsinnig. Welches Team willst du... Was, welches Team willst du von Back to Boss? Die richtige, äh... Einfach nur extra... Extra-Karten von Back to... Okay, da weiß ich jetzt auch nicht Bescheid. Was es da alles gibt. So, die Kirche. Geschwindigkeit von Propheten. Propheten, Propheten, Priester. Yachiko wa Yoyachi. Und daran, die Sprüche und an die Musik erinnert man sich. In Empire Earth, das ist einfach beides ikonisch. Okay, wir brauchen mehr Nahrung, Leute. Und ich hätte gerne einen Steinwerfer. Und dann muss ich mal so langsam... Oh, ah, es gibt Autosaves. Sehr gut. Ich meine, ich hab Stein, ne? Natürlich, ich baut's mal hier vorne einen Turm. Nur für den Fall, dass ihr mal vorbeischaut. So, die Ressourcen halten ja noch ein bisschen. F-11 oder F-12, geht das schneller? Nein. Ja, oder? Nicht mehr, kein Unterschied. Ich mein, da seh ich bloß jetzt so ne Anzeige. Wie lang das Spiel geht. Also, das kann man mal drauf lassen. 1,5 ist die Spielgeschwindigkeit. Nein, ich kann auch keine Felder machen. Ich hab bloß die Giraffen. Soll ich jetzt mal wirklich sparen? Statt mir drauf... Ich bin's von Age of Impulse gewohnt, dass das Dorfzentrum niemals nicht arbeiten darf. Hä? Oh, die Giraffen kommen jetzt aber echt nett ran. Das find ich echt freundlich von euch. Dann kommt mal rüber Richtung Dorfzentrum. Da mach ich nämlich auch gleich... Sag mal, läufst du mir vor die Sperre? Alter, wollt ihr alle sterben? Ja, anscheinend. Oh, das ist perfekt. Ich geh mal ein bisschen vorbeischauen, hallo sagen. Vielleicht steche ich jetzt voll ins Westen-Nest, aber... Mit Plus-Taste schneller. Ah, okay, das... Ah, da, ja, tatsächlich, da sieht man's. 1,0, 1,5 ist jetzt die Geschwindigkeit, wie wir's jetzt machen. 2 ist nochmal... Ich glaub, das ist auch noch ne Geschwindigkeit, bei der man sagen kann, das geht, oder? Die 2, ja. Oh, hi. Oh, hi. Aua, wie viele Türme... Nein, 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 ich bin wieder weg. Kann ich euch... Könnte ich euch einquartieren? Das weiß ich grad gar nicht. Wo ich den Turmen gebaut hab, hab ich den die Pferde... Nee, die sind da drüben, ja. Ich bin mal eins nach dem anderen. Ich glaub, in der Nähe... Nee, in der Nähe vom Tempel haben die geheilt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich geh jetzt aber auch mal her und... Ich sag mal ein bisschen... Jemand hat die Absicht, ein paar Türme zu errichten. Einfach, um mal zu wissen, wo Gegner kommen können. Um mich ein bisschen vorzubereiten. So, ja, da holen wir noch das eine oder andere Nielpferd ran. Ach, Krankenhaus war's. Gut, ich glaube, das haben wir in der Vorzeit noch nicht. Ach, guck mal, ein Baby-Nielpferd. Oh, das wehrt sich, oder? Zumindest hat's das versucht. Das ist zwar voll das Baby, aber es ist genauso stark wie die Großen. Das ist wie mit dem Killerkaninchen, ey. Der Schein drückt da voll. Bitte? Sag mal, ey! Aber jetzt tut gar nicht so weh. Ich weiß nicht, ob ich damit meinen... Ich werd hier gesteinigt. Äh? Äh? Was ist los? Oh, oh. Na, verdammt. Hat's nicht aufgepasst. Oh ja, klar, weil hier ein Turm ist. Aber sonst... Ja, ja, genau. Greif halt dann den Turm an. Das passt schon. Ja, macht der hier auch einen Turm hin? Sag mal, geht's noch gut? Das ist aber alle höchste Vorzeit hier. Kupferzeit, Alter, war's. Krankenhausstall, okay. Okay. Ja, jetzt kann ich jetzt... Jetzt warte ich, bis ich die Nahrungsmittel hab. Önema. Genau. Oh, ich hab meine Steine. Natürlich haben wir keine... Ich bin doch nicht in der Steinzeit, ne? Äh? Komm, ich würde doch nochmal zwei Dorfbohnen, um hier schnell ein paar Steine abzubauen. Oh ja, das ist ja voll... Voll die Entmielpferdung hier. Oh ja. Die kümmert sich allein mit dem Liebpferd an. Ah. Ah. Ja, Holz hab ich eigentlich genug. Abgehört, jetzt kann ich ja keine machen. Jetzt wird's echt mal Zeit für, äh... Die nächste Zeit. Das wird höchste Zeitalter mit dem Zeitalter. Reichweite ist sehr wichtig. Oh ja, das weiß ich. Ja, kommt ruhig her. Es gibt Steine für jeden. Das weiß ich hier. Mhm. Was89. Das weiß ich. Und wie ist das? Und wie ist das? Und wie ist das? Dann Steingewinnung. Ach ja, das sag ich nicht nein. Oh, und unsere Bürger sind zivilisierter geworden. Stoma, da haben wir es. Ich habe es vermisst. Ein bisschen viel auf einem Niebpferd, würde ich sagen. Ach du liebe Zeit. Reichweite von Tempeln, die Behörden von Priestern, Reichweite von Propheten. Ich wäre nicht die 1, das weiß ich noch nicht. Äh, ja, Wasser gibt es ja leider keins. Dementsprechend ist auch mein Schiffsbonus ziemlich im Stoma. Die Siedlungen upgraden kann ich immer noch nicht, ne? Ah, Speerträger. Und der Samson. Schleuderkämpfer. Machen wir mal ein paar. Komm. Äh, ich brauche eigentlich keine Wehwutshäuser. Häuser sind für Verliere. Oder für K... Das waren die Giraffen, oder? Da kommt ja schon Kavallerie irgendwo. Nächstes Zeitalter... Das war nur Goldeisen, also Kupferzeit. Hm, okay. Diga, esto, äh... Esto? Sagen die. Sagen doch auch die Griechen. In... Ancient Pathology. Machen wir mal ein Speerträger. So langsam geht die Wirtschaft voran hier. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. So. Mal bitte runter und drück mal ein bisschen hier. Hier geht mal her und holt mir mal die Giraffe da. Die ist gleich richtig schön nah dran. Der Buhmann... Guckt mal auch ein bisschen recht weiter. Ja genau, hier geht mal alle zur Giraffe. Die freut sich. Wie so ein Ass-Schwarm einfach nur. Guckt mal ein bisschen weiter. Hm. Okay, bitte mehr an die Ressourcen. Einer mehr zum Eisen, einer mehr zum Gold. Dann sind wir doch ganz gut dabei. Das ist prima. Prima. Gold Eisen können noch viel, viel besser sein. Oh, 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 oh. Wenn du deine Siedlung... Ach, ich müssen die Siedlung Leute schicken, um das zu machen. Ah, okay, okay, okay. Dann mache ich das gleich da unten mal. Stimmt, so ging das. Ich glaube, ich müsste bevölkern, ne? Ah, ja, Mann, das hätte ich auch schon so viel früher machen können. Ich habe immer Angst, dass es abstürzt. Wahnsinn. Talas. Stoma. 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 Zunte. Kalos. So. Man muss sagen, so mit diesem Auflösungspatch ist die Grafik von M4F auch gar nicht mal so schlecht. Man muss sich überlegen, ob man überhaupt einen Remaster braucht, aber schneiden wegen dem Multiplayer wahrscheinlich schon, wenn man es offiziell haben will. Goldeisen immer noch. Oh Gott, ich brauche immer noch so viel mehr. Was soll die anderen Teile mal spielen? Das ist eine verdammt gute Frage. Das kann ich auch noch nicht beantworten. So, dann haben wir auch noch einen Turm, wisst ihr was? Ich mache den mal weg. Gold, ah, Gold. Das brauche ich aber nicht gerade. Aber genau deswegen habe ich mir jetzt extra das Ding hier gemacht. Okay, hier seid ihr vollzählig. Dann kommt noch mit zum Eisen. Ja, so langsam wird es mit dem Dorfbewohnern. Ach stimmt, du bist doch die ganze Zeit idle da oben. Das ist eigentlich auch mit Punkt. Ne, okay. Oh Gott, Eisen ist immer noch so schlimm. Das ist halt echt Wahnsinn, dass du schon 20 Jahre alt bist, das Spiel, ne? So, die Ressourcen sind am Werken. Da, hier hätte ich noch Gold. Weißt du was, ich hole auch mal wieder einen Hund. Ich möchte noch mal ein bisschen wissen, was hier so abgeht in meiner Gegend. In meiner Hood. Und ich brauche mehr Gold. So. Jetzt haben die hier sogar ein Tempel aufgebaut. Haben die erst mal das Gold gesegnet oder was? Und sogar, ja, natürlich, klar. Sonst geht es hier noch gut, ja? Erst mal richtig ins Gesicht hier. Buhmann. Okay, Sperrträger bringen eigentlich noch was gegen Kaul, aber ich möchte ihn mir noch bitte behalten. Das tut alles weh. Warum müsst ihr mir jetzt so kommen? Macht mir doch nicht sowas. Aua. Nein, jetzt haben die einen Samson. Das ist uncool. Das ist mega uncool. Ah, das ist sehr, sehr schlecht. Auf Wiedersehen, Turm. Ich habe mich eigentlich sicher gefühlt. Gucken wir mal aus euch und Schleuserschützen dazu. Sperrträger sind effektiv. Ah, ja, stimmt. Stich gegen Schlag und Schlagmann. Ja, 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 ja. Klar, man sollte... Klar, bei Empire Off sollte man ja nicht mit der klassischen Logik denken, ne? Ja, ja, ja. Also langsam wird es mit der Nahrung ein bisschen knapp, ne? Ihr könnt gerne Gold holen, bitte. Ja, jetzt habe ich hier fast kein... Wie geht es hier mehr in der Nähe? Meißen Gott. Oh, la, 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 la. Ja, klar, natürlich. Ja, wie viel denn? Das ist schlecht. Das ist mega schlecht. Das ist hyper schlecht. Ich glaube, ich werde hier gerade heftig genommen. Ja, ich werde hier komplett genommen. Alter, Falter, Babylon, was geht denn? Aber okay, ich bin um eine Lektion reicher. Zum einen, was die Spielgeschwindigkeit angeht. Ich habe es halt versaut zu boomen, weil ich zu spät gemerkt habe, dass ich mit Off-Bona besiedeln kann. Das Ding ist, das Ding ist am Ende. Hm. Ich glaube, das können wir neu starten, ne? Brauche ich jetzt gar sowieso nichts mehr zu machen. Das ist ein übelstes Rib. Okay, wisst ihr was? Aber sonst kriegen wir dann kein weiteres Spiel mehr hin danach. Da starten wir einfach nochmal neu. Das passt ja so, wie es ist. Also ich würde jetzt nicht vom Schwierigkeitsgrad runtergehen. Ich habe jetzt einfach gelernt. Wir bleiben beim alten Falten. Ist das jetzt die gleiche Zufallskarte nochmal? Ich meine mich an den Baum hier zu erinnern. Das sieht mir fast so aus, ne? Ich glaube, das ist das... Ist das echt die... Ja, das ist die gleiche nochmal. Okay. Auch interessant. Exakt die gleiche Map nochmal. Weiß ich ja im Grunde Bescheid. What are you doing, Step Babylon? DLC mit Patch? Müsste ich haben, ja. Seit der L-U-Bohrung. Aber ich würde mir das klassisch einfach wieder spielen. So, wie viel musste ich dann ein Quartier und fünf, ne? Dass ich ein Kapitol daraus mache. Beziehungsweise ein Stadtzentrum. Ich glaube, das sollte ich gleich als nächstes machen. Ich glaube, mein erstes Ziel sollte erstmal wirklich volle Kanne sein. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich werde immer stattlicher. So früh es geht, zwei von denen hier laufen lassen. Ich wette, ich erkenne Karten an der Position der Bäume, ne? Weil die Karte ist doch ein bisschen klein schon fast, ne? Könnte ruhig eine Stufe größer sein. Also sollten wir nochmal verlieren, dann sollte ich nochmal neu starten. Dann würde ich tatsächlich... ...de Kartenstufe größer nehmen. So, jetzt. Jetzt geht's hier los. Der Boom. Der Boom. Das Problem ist, ich habe glaube ich gar nicht erst... Ich kriege noch nicht genug Nahrung rein, um mit zwei Dorfzentren hier laufen zu lassen. Aber wisst ihr, ich kenne da jemanden, dem das vollkommen egal ist. Okay, ja. Holz bräuchten wir dann auch noch. Obwohl, ich glaube, ich kriege genug Nahrung dafür. Ich sehe gerade, wir sind wieder auf 1,5. Bitte auf zwei. Das ist echt 1,5. Das bedeutet, die ursprüngliche Geschwindigkeit ist so... Das ist ja ultra lahm. Hat man so wirklich damals gespielt? Das ist wie mit Edge from Pass 2, dass das irgendwann später erhöht wird oder so. Wurde. Also hier. So, noch zwei bitte. Dann hol ich mir noch die Nilpferde. Jetzt hat die Frage, möchte ich überhaupt militärisch großartig was machen? Oder möchte ich, wie es schon hier TV sagt, so schnell wie möglich eine dritte Zeit für Felder und für Boom? Ich könnte auch so schnell es geht schauen, dass ich die Zeit alles gebe. Jetzt hänge ich halt fest mit der Nahrung. Zwölf Dorfwunder bei der Nahrung müssen eigentlich locker für zwei Dorfzentren reichen. Nach Edge from Pass 2 Logik. Aber wir sind ja nicht in Edge from Pass 2. Äh. Genau. Ah. Bau die Siedlungen Ecke auf Ecke mit den Ressourcen. Achso, also hier lohnt es sich tatsächlich, die direkt dran zu bauen. Ach nee, Ecke auf Ecke. Also wirklich Eck an Eck so ran. Ah, okay, okay, okay. Ich bin es jetzt nur noch von Edge from Pass 2, um einen Platz zu lassen. So, dann hol ich mal noch mehr Nahrung ran, dass die zwei Dorfzentren durchgängig arbeiten können. Erst sobald die dauerhaft durchgängig arbeiten können, können wir anfangen zu reden. Ich lure den Boa, ähm... Das Nilpferd. W-w-w-was machst du das denn? Hulen? Aufs Ressourcen... Ja gut, okay, das Ressourcenfeld wurde eben erweitert. Alles klar. Kriege ich das Ding jetzt gescheit? Ich hoffe. Welche Stadtsäule ist überhaupt nicht abhebt. Nur so ein kleines, kleines Steinsäunchen noch so. So, jetzt, jetzt sehen wir auch was. Der Rest in drei Pocken ist Nahrung. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Unten unsere Giraffe-Farm müssen wir auf- oder eröffnen. Die Giraffe-Filiale. Den Gucci-Giraffenladen. Jetzt schon ein Turm? Sicher? Nein. Sag ich dazu nur. Hallo. Ja, wisst ihr was? Dann baue ich eine Siedlung direkt hierhin. Wie ist das Ecker an Ecken, ne? Das wäre also so. Dann baue ich mal eins hierhin für die ganzen Giraffen. Weil die schreien ja für mich danach. Ernte mich! Hey, Giraffe, warum so ein langes Gesicht? Ja, das ist mit der Neo-Empire-Earth-Mod. Giraffe! Feuer frei! Jawohl. Jetzt geht's los mit der Nahrung. Ja, nicht die neue Giraffe, die alte, genau. Wenn das Tier ein Junges hat, wird er erst das Kind... Ah, okay, okay, okay. Ist das jetzt... Ist das jetzt ein Real-Life-Typ, oder? Was ist das für's Spiel? Ich glaube, das war sogar eine kleine Giraffe, oder? Die ich erwischt hab. Zufällig richtig gemacht. All right-o. Der Stream läuft soweit gut, oder? Weil ich hab ein besseres Internet als damals, aber ich bin beunsichert, wie stabil es ist. Der Techniker hat mir beim Einrichten zumindest gesagt, dass da die Kabel relativ alt sind, die hier ins Haus reinführen. Ähm, es unter anderem zu kleinen Stockern kommen könnte. Aber alles sehr konjunktiv und so, dementsprechend kann es auch sein, dass alles einfach gut läuft. Wenn alles gut läuft, dann ist okay. Dann seid ihr von eurer, ähm, Berichtspflicht befreit. In dem Ton kann ich schon meine Nahrung schützen. Das ist eigentlich eine Idee, ne? Komm, ich hol mir jetzt mal die kleine Giraffe. Bitte geht mal kurz aus dem Weg, ich möchte das... Keine Sorge, ich möchte nur das Baby haben. Ach, da bin ich ja beruhigt. Weiter, was? Jetzt geht's hier ab mit der Nahrung, ey. Die Dorfwunde, die sprießen nur so raus. Aber wirklich, mehr als zwei lohnt sich ja echt noch nicht, ne? Also mehr... Oh Gott, das wird so ein großes Wetter mischt. Mehr als zwei Dorfzentren, weil ganz ehrlich, mehr komme ich gar nicht mit der Nahrung gerade hinterher zum Arbeiten. Ah, jetzt, jetzt ist hier die Giraffenfarme eröffnet, ey, Wahnsinn. Läuft viel effektiver als letztes Mal. Aber ja, ich könnte so langsam wirklich mal... Ah, schön, dass ihr auch mit unten zur Giraffenanstalt kommt, aber holt mal lieber ein paar Niedpferde. Ah, da ist ein Baby. Holt das Baby. Wo ist das Baby? Da ist das Baby, so Sperrbereit halten. Ja, genau. Turm für die Nahrung. Zweiter Turm für die Nahrung. Oh nein, noch nicht. Ah, Mist, ich wollte es eigentlich mitlocken. Hm, zu spät. Pfade. Sahne. Jetzt läuft's. Zwei große Raffen in Ruhe. Das ist natürlich praktisch zu wissen. Mal schön weitermachen hier. Ich guck auch nicht hin. Okay, vielleicht einmal ganz kurz. Okay, das ist, das ist krank. Nee, ich lass es lieber. Ah, ja genau, mach den noch fertig und... Nee, 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 ne, nimm dir die Kleine. Nimm dir die Kleine. Hier, weil Frauen und Kinder zuerst oder so hieß es doch. Ah, äh, 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 nein, nicht auf die Große. Hört auf! So, ich könnte aber trotzdem mal langsam anfangen, jetzt hier meine Goldformelte da anzuzapfen, die es hier gibt, dass ich schon mal ein kleines bisschen hab. So, Eck auf Eck, ne? Das wird hier natürlich schwierig, aber ich versuch mein Bestes. So ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dann kriege ich das Gold sofort, das Eisen ist nur eins entfernt und ein Stein, das geht ja irgendwann weg. Okay, noch eine. Na komm, die wolltest du jetzt auch noch. Und dann würde ich die zwei Giraffen hier erstmal lassen, nach Möglichkeit. So, du erkundest mir mal. Jetzt müsste ich schon die nächste zu... Ach, nee, tausend Euro. Oh, ist das viel. Seid ihr des Wahnsinns? Seid ihr dem Wahn angefallen? Was ich auch gerne safen würde, so früh wie möglich, ist das Stein, äh, das Goldformel oben. Okay, jetzt haben wir noch zwei Giraffen, die lassen wir dann. Oh, da ist ein Kölenträger. Byzantiner. Die machen auch nochmal die gleichen Fraktionen, könnte es sein. Hm. Eck an Eck ist hier schwierig. Zumindest, wenn ich noch Zolls habe, ich mach's mal so. Oh, nein, nein, nein. Ah, da ist ein Babygaraffe. Yeah, nice. Okay, dann lass ich die auswachsen. Dann lass ich die auswachsen. Ich hoffe mal, die wird noch groß und dann sind's doch wieder zwei. Okay, das Niebpferd, das hatte eh keine Chance. Guten Morgen, Kapu. Grüße von der Hexe, Grüße zurück. Okay. Ah, also machen wir mal ein schönes Türmchen her. Ich hätte gern die Goldquelle hier oben geschützt. Die wird noch wichtig. Dann könnte ich jetzt schon mal fast anfangen, weil jetzt ist die Nahrung sehr... Gottverdammt, jetzt habt ihr die... Wir werden angegriffen. Jetzt ist die Garaffe doch wieder weg. Okay, dann macht die Garaffe jetzt ganz weg. Okay. So, Steine kommen rein. Wunderbar. Dann... Ne, noch ein Duftzimmer abgehoben brauchen wir eigentlich gar nicht machen. Jetzt können die Nahrung auch noch holen. Also, Kurka hat's ja das zuletzte Schiene AE3 wieder von dir bearbeitet. Wie findest du, was er daraus gemacht hat? Und warum wolltest du uns das erst vorenthalten? Es ist nicht, dass ich's vorenthalten wollte. Es ist halt verdammt viel geworden. Und ich hab... Also ursprünglich wollte ich's einfach in mehrere Tab-Parts aufteilen. In zwei oder drei. Und hochladen. Und Kurka hat gemeint, das waren ja zu viele Fails. Er wird sich anbieten, dass er's einfach mal hergeht und, ähm, für mich bearbeitet, dass es in einem Part einfach ein Zusammenschnitt ist von den ganzen Fails. Ich hab ja gesagt und ich find's eigentlich ganz lustig. Ansonsten wäre es auch hochgekommen. Aber einfach als unbearbeitet ist großes Ganzes. Dann aber wirklich... Die Sachen, wo auch ausgeschnitten wurden, da ist wirklich nichts Großartiges passiert auch. Auch wenn's ein Monat her ist. Ich erinnere mich nur so grob dran. Halt mal das Gold und... Warum ist denn die Nahrung jetzt so runter? Was ist denn hier los? Ich hab doch gar nicht so viele Dorfbewohner geholt. Achso, ah, ich bin schon geaged. Okay, alles klar. Ja, okay, alles klar. Ja, jetzt sind die Niebpferde halt weg. Ich merke durchaus den Unterschied, dass ich letztes Mal so lange gewartet hab, die Tiere zu holen. Weil jetzt hab ich halt auch weniger da. Das ist durchaus uncool. Was soll ich denn jetzt ohne mein tägliches Steak machen? Ah, jetzt hab ich hier ewig viele Dorfbewohner, die nicht ganz großartig machen können. Ich würde ja sagen, das ist ziemlich doof gelaufen. Halt er da zurück. Ich mein, ansonsten farmt einfach mal schon wie die Wahnsinnigen, dass das nächste Zeitalter-Upgrade halbwegs schnell kommen kann. Wäre schade, die ganze Arbeitskraft hier verkommen zu lassen. Zunte, zunte, kurze Lunte. Wir werden angegriffen. Nein! Der Hund ist weg. Okay, ja, jetzt, 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 jetzt sind wir in der Steinzeit. Und ich bräuchte... Ein bisschen Holz, nächstes Jahr. Ach, hier mal... Ne, hä? Warum sehe ich das nächste Zeitalter nicht? So, dann muss ich erstmal die Gebäude... Ah, ich glaub, ich muss erstmal Gebäude bauen, wie die Kaserne. Ein paar mehr mit ans Holz, dann hier oben richtig viele ans Holz. Zwei zum Bauen. So. Okay. Ah, jetzt, jetzt ist es... Hä, warum hat es so lange gedauert? Nahrung, Gold, Eisen. Oh Gott, Eisen ist auch immer noch so läppisch. Was ist denn da los, ey? Kommt mal ran, wir brauchen mehr Gold und Eisen vor allem. Nahrung ist das geringere Problem gerade. Das wird doch höchste Zeit, Alter. Genau. Oh, ho, 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 hey. Ha, ja, klar. Das war doch... Warum kommt ihr so früh? Das ist uncool. Ja, genau. Ist ja zu, dass ihr Land gewinnt. Ihr habt eh keine Chance. Was ist gut gegen die Steinwerfer? Was ist da ein Konter? Sind es die Schleuderkämpfe? Ich weiß es gerade spontan nicht aus dem Kopf. Die Samsung sind Speerträger sehr effektiv. Okay. Ich glaube, die Reichweite lasse ich mal bauen über den dritten Turm dafür. Was ist diese Ansicht hier? Kommt doch das nächste Mal mit mehr Leuten. Das ist halt echt so, ne? So, warum war das Stoma gerade abgehackt? Unverschämtheit. Es geht doch nichts gegen ein gutes Stoma am Morgen. So, ähm, du machst mir jetzt mal trotzdem die Kaserne. Die Kaserne. Trademark. Man, die Kupferzeit. Die Kupferzeit, ey. Wir gehen ins Opferzeit, Alter. So, ich glaube, drei Türme sollten ein bisschen helfen. Außer es kommt Samso. Ja, klar. Jetzt kommst du oder was? Aber ansonsten ist ja wirklich noch alles richtig da oben, ey. Ey, das ist das Problem bei Free4All. Wenn du Pech hast, dann wollen alle einfach nur dich. Ja, knüppelt mir halt die Leute. Wir können auch noch gerade meine Nahrungsproduktion. Kommt mal in die Türme da runter rein. Danke. Hier. Genießt es. Vögert wenigstens hier noch. Mit den restlichen Lebenspunkten, die ihr habt. Alter, nein. Mann, ey. Übelstock-Abschlepp-Raid hier. FFA bei KI ist alle auf den Spieler. Ja, geil. Danke. Das freut mich, ja zu hören. Also wenn ich es dann nochmal mache, dann mache ich vielleicht ein 2 gegen 2 oder sowas. Anders sollte ich es nochmal neu starten. Bei aktuell halten die Türme eigentlich ganz gut. Storma. Das Ei, das ist doch unglaublich, wie lange das dauert, ey. Ich habe so viele Leute an den, in den Minen hier. Oh nein. Wie die aber auch wirklich konsequent jetzt noch weitergekloppt haben. Der Gelbe hat sich wenigstens zurückgezogen. Aber die wollten jetzt ja richtig Konfrontation. No. Nahrungstechnisch hängt jetzt halt übelst hinterher. Ich meine, genug Nahrung gibt es hier, aber es dauert einfach zu lange, bis die gebaut ist. Und alle meine Einheiten brauchen Nahrung, ne? Nahrung, Nahrung, Nahrung. Samson brauchen Gold und Holz. Und dann geht's aber nach. Genau. Genau so. Aber oben haben wir ein bisschen auch durch. Die kamen ja durch diese Stelle hier durch. Eigentlich müsste ich da noch ein paar Türme hinhauen. Bringt mir dann nicht mehr sehr viel, sobald dann auch die ersten Samsons kommen, aber... Ich tue mal so, als hätte ich das jetzt nicht gesagt. Und verschrien. Warum kamen aber diese großen Rätsel das letzte Mal nicht? Das letzte Mal hab ich eigentlich schon länger überlebt gehabt, bis da große Angriffe kamen. Da kommt's mir nur so vor. Da bist die ganzen Tiere. Voll doof. Ich denke immer, dass da liegt irgendein Tier, aber es ist ein Baumstamm. Gold, Holz. Für die Schleuderkämpfe. Gold hab ich sogar das meiste. Dann mach ich ein paar Schleuderkämpfe. Und so, ich hab was da. Die kann ich jetzt grad mal auf mittel. Ich will gar nicht mal wissen, wie die auf schwer abgeht. Das ist ja krank. Soll ich denn den Angriff verbessern? Mehr Power für Fernkämpfer ist eigentlich wichtig. Reichweite. Einmal Reichweite. Einmal Angriffskraft. Wo geht ihr denn hin für den nächsten Baum? Oh, nein. Ne, okay. Größere Karte und Teamkampf, würde ich sagen. Das ist ziemlich... Das ist echt krank. Vor allem, wenn du halt von zwei Leuten fokussiert wirst, ist das nicht nett. Ich hab doch damals auch Skirmisches gespielt. War das da auch so krank? Eigentlich nicht, oder? Hab ich da ein Free Fall gespielt? Bin ich mir auch unsicher. Ne, das ist einfach Ultra-Raid. Ja, sie gehen auch einfach mal vorbei, das ist egal. Ach, Moral steigt auch mit Häusern. Diese Ansicht da, okay. Das ist Wahnsinn, wie jetzt einfach alles weggesteinigt wird hier. Okay, alles klar. Wisst ihr was? Beend mal. Was sagt denn die Statistik überhaupt? Alter, der gelbe Kompi... Was? Und was für eine Wirtschaft der hat? Ja, ey, das ist eine mittlere KI. Was zur Hölle? Zum Glück hab ich nicht einfach auf schwer gestartet. Ich dachte, ich hätte mich am Anfang gar nicht so schlecht geschlagen mit der Nahrung. Äh, ja. Okay. Oder Stelle auf Inseln um. Ne, ich mach jetzt ein 2 gegen 2 auf normal. Ja, aber ich mach die Kartengröße eins größer. Ja, groß. Dass ein bisschen mehr Platz ist. Püter kommt Püter. Wir machen das gleiche trotzdem nochmal. Ich hab so ein hellgrau, ne? Ja. Machen wir mal einen Teamkampf. Und gucken wir mal, was da rumkommt. Das seh ich auch bei meinem Teamkollegen auch ziemlich schnell. Machen wir 6 Stadtdorfbewohner. Ja, eine. Ich bin richtig großzügig heute, ne? Mittelspielgeschwindigkeit Standard. Anzahl von 50. Eben, Ebene. Große Inseln, Hochland. Wie kann man's machen, dass auch hier Inseln mit drauf sind? Ich glaube, war im Mittelmeer so, dass in der Mitte ein großer See war. Ich hätte halt wirklich irgendwas gerne, wo auch Wasser mit drauf ist. Es muss jetzt nicht Inseln sein, aber irgendwas, wo auch Meer mit drauf ist, dass ich auch die Schiffe nutzen kann. Ich hab ja schon einen Bonus mit den Schiffen. Okay, dann nehm ich Mittelmeer. Wenn ja, wenn ja für Mittelmeer steht, dann nehm ich Mittelmeer. Okay, passt, 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 passt. Teams festlegen. Ja, bitte. Nicht nie einfach zwischendrin wechseln. Oh ja, hyperaktiv hört sich gut an, ne? Der Rest passt, ne? Ich glaube, ich hab nichts vergessen. Kontinent ist das Wasser außenrum. Nicht Mittelmeer? Kleine Inseln, ne? Sollen wir jetzt wirklich Inseln machen? Jetzt, wo ich Teamkampf hab, sollte es ja gehen. Kontinentall hat nen Wasserrahmen. Mittelmeer ist ja einfach, dass ein See in der Mitte ist, ne? Ich kann's mir schon vorstellen, im Kopf war Age of Empires hat ähnliche Karten. Du, 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 du. Kleine Inseln, die KI, keine Inseln, die KI ist inkompetent. Aber ja, genau das ist es ja, ne? Gut, also die Spiele, wo die, wo es noch härter war, gut. Das ist halt eine Frage, ob es einfach hart ist oder ob es die KI halt cheatet. Und hier cheatet die KI halt anscheinend. Also zumindest hab ich gelesen, dass die KI ja gar keine Wirtschaft haben muss. Ist das echt so? Wäre 3 gegen 3 nicht besser. Ich mein, wir können auch ein 3 gegen 3 machen. Da ist wenigstens was los, ne? Na komm, mach mal 3 gegen 3. Dann sehen wir wenigstens was, ne? So. Dann brauchen wir aber noch größer. Würde ich mal sagen, riesig. Mehr Stadtressourcen wäre er, aber Standard, Standard hoch wäre es dann. Eigentlich mag ich diesen langsamen Stadt, wie er jetzt war. Ich bräuchte halt bloß die Zeit, dass man da... Ressourcen-Deathmatch, das wäre ja richtig krank, ne? Ich glaube, das ist viel zu viel. Ich würde es mal so lassen. Doch mach mal ein 3 gegen 3. Mh... 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 Okay. Dann starten wir mal. Und gucken mal, was da rumkommt. Okay, ähm... Oh Gott, eine neue Karte. Ich weiß gar nicht... Oh Gott, wir sind oben rechts. Alles klar. Alles klar. Ah, hi. Da fangen wir gleich mal an. Hier. Wein auf Bier, das rate ich dir. Äh... Ja, komm, machen wir nochmal. Ich kam aber noch nicht... Ich kam nicht ganz beim Zeitalter an, wo ich meine Vorteile hätte. Ganz, ganz knapp nicht. Also das war... Haarscharf war das. Haarscharf. Ja, ich hab mit mehr Bürgern gestartet. Ich hab jetzt einen mehr. Hier. Also Pferde sind zwar schon ganz nett, aber... Gibt's hier nicht noch irgendwas anderes Leckeres? Irgendeinen Snack, bitte. Also doch, die KI baut schon Ressourcen ab, aber... Ganz ehrlich, wie baut die denn Ressourcen ab? Und die holt schon erste Einheiten raus. Was zur Hölle? Gelten diese Startressourcen oder die ganzen Startbedingungen nur für mich, oder wie? Ich versuch mal, die Pferde irgendwie herzulocken zum Kapitol. Ah, da ist nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nur Faxe, 10% der Rest des Spielwasser. Au, ja. Genau. Genau. Weg! Richtung Kapitol! Flieh, du Nare! Oh, da ist ein kleines Pferd. Na, das kann ich mir später holen. Äh, nee. Hol' ich mir jetzt. Was du heute kannst besorgen... Oh, wo ist es noch hier? Wibbel. Guck mal, der Wegpferd. Guck mal so in die Richtung. Nicht du! Du da, genau. Ja, noch ein bisschen näher, bitte. Ja, nicht die Richtung! Na, muss ausreichen. Salami down, ich wiederhole. Salami down. Black Horse down. Weiß, wer immer das Spiel auf Windows 10 zum Laufen bringt. Also, ich benutze die Version von GOG, Empire of Gold. Ähm, gibt's leider grundsätzlich nur auf Englisch. Oh, ich bin da eigentlich wieder vom... Tempo hochgehen. Ähm, aber es gibt ein Patch, dass man es auf Deutsch spielen kann. Ein Deutsch-Patch. Hier, guckt mal. Das kleine Pferd ist nachgespawnt. Das ist ja perfekt. Und die bringen halt genauso viel wie die großen. Das ist ja total broken. Da geht schon die... Die haben so viele Nilpferder in der Nähe. Und Alter, was bauen die denn? Türme? Wir sind zwar alle in der Steinzeit, aber ich fühle mich total rückständig hier. Oh, ich bevölkere jetzt mal mein nächstes Dorfzentrum. Ah, der Game-Sound-Trick ist echt mega-Nostalgie. Also, den kann man echt immer wieder hören. Äh, jetzt mal kurz gucken, was ist der Hotkey für Bevölkerung? Schön, dass meine Verbündeten aufdecken für mich. So dobe ich mir das hier. Aber jetzt will ich doch noch in Hotkey gucken. Nein, ich gebe... Na, Alter, hört ihr mal auf, hier einen Pferden-Massen-Mod zu begehen. Ich brauche die doch noch. Äh, geh. Geh wie bevölkern. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Hm. Ja, die Verrotten auch. Verdammt. Aber die Rehe werden langsam schön mehr. Das ist gut. Hast du schon mitbekommen, dass es für Siege-Survival eine neue Map gibt. Stadt und... Ah, in die Wüste. Okay, das wäre auch mal eine Idee für den Stream irgendwann mal wieder. Vielleicht jetzt nicht gleich so direkt dran, weil ich da schon... ...die Letztes ziemlich viel gemacht habe zu. Aber das wäre mal wieder eine Idee. Für die ferne Zukunft. Ah, die Frau der Träume. So stelle ich sie mir vor. Oh, 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 oh. Baue einfach die Nahrung bei den Verbündeten ab. Hm. Das könnte ich tatsächlich tun. Ich mach ein Spürhund. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da fällt auch einer. Aber ich möchte mal gerne wissen, was um mich herum passiert. Ah, super. Ich vergesse die Pferde einfach mal. Ich tue einfach mal so, als hätte ich nichts von Pferden gewusst. Niemals. Pferde kennen wir nicht. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Äh. Da, das Kleine. In den Hintern. Übelst. Äh, da hinten. Da, da, da. Nein, nicht das Große, das... Ah! Nein, jetzt geh du... Nee, nee, also... Du sollst den da... Das Reh? Ach, mach doch, was du willst. Dann holt euch das andere Kleine. Lass doch deinen... Dein Frust an dem Pferd aus. Äh, was... Oh Gott, ich bin hier richtig eingewaldet. Ja, eingewaldet. Voll die Baumschule hier. Okay, dann möchte ich mal da runter und möchte mal wissen, was hier so das Feld sagt. Das gefällt einfach. Ansonsten, ja komm, holt euch einfach hier... All-you-can-eat-Buffet gerade hier, passt schon. Alter, was... Das ist eine normale KI, dass die so und so abgeht. Da müssen wir schon fast auf leicht schalten, aber ich glaube, wir vielleicht... Das ist mir meistens nicht wirklich so gelaufen. Oh mein Gott. Komm, ich mach's ja mal dazwischen. Sonst kriegt den Daddy doch nicht seine Ressourcen. Okay, wunderbar. Und Häuser haben auch... Die Moral erhöht, ja. Äh... Ach, da ist mein Hund. Ah, man kommt aber durch die Bäume durch, oder wie? Da kann das nur der Hund. Das kann doch der Hund, oder? Ah, hier kann ich die übelste Verteidigungslinie ziehen. Wenn ich's wollen würde. Alle zu den Rehen, bitte. Entschuldigung, bitte melden Sie sich bei den Rehen. Hm. So, haben wir mal noch hier eine Siedlung für Holz und Gold. Gut, Nahrung hab ich jetzt eigentlich schon im Anbau. Auto-Safe. Wie alles so lose durch die Gegend läuft. Ich bin ja so voll, voll eingekapselt in meiner eigenen kleinen Welt. Wie baue ich mich hier am besten auf? Ich meine, ich könnte die Bäume ja schon mit einbeziehen. Ich meine, ich muss nur hier verteidigen. Und nur da. Und da oben. Hier und da ist schon Gebirge und da macht mein Verbündeter schon. Und was das hier angeht, kann ich ja sagen, ich mach einfach... Stopp, hier kommt man auch nicht lang, oder? Das heißt, ich muss nur hier dicht machen. Hier irgendwie. Oder, hm... Ich würd's hier machen, oder so. Und da unten dann. Außen oder... Hier, hier mach ich so eine Engstelle draus. Das ist keine schlechte Idee. Oh, Tetikusdorfbewohnerus. Was? Ich könnte ja sagen, dass du der coolste ATS-Youtube bist, aber da ich nicht schleimen will, lass ich es. Alles klar. Dann lass es einfach. Ähm... Da, 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 da. Da, da, da. Bauerfischerboote. Ah, stimmt, da unten ist ja Wasser, ne? Das Meer ist aber ziemlich klein. Ich bin zwar von Empire-Earth gewohnt, dass da... Äh, von Empire... Ich bin von Empire-Earth-Meer gewohnt. Äh, von Age of Empires bin ich irgendwie gewohnt, dass da das Wasser bei solchen Kartenbegießen einfach viel mehr ist. Aber wir haben überhaupt Wasser. Kann ich ja trotzdem ein bisschen spielen mit. Ich wollte das Planspicken einfach. Wie alle so demotiviert auf den Stein rumhauen. Äh, hier... Ran an den Speck. Kapolga bei der Olga. Ich glaub, die Reh sind jetzt alle weg, ne? Das ist schlecht. Nein, ja klar. Nahrung bei meinen Verbindeten abbauen. Ich... Der Blau hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal mit sechs Leuten vorbeiguck und schon... Kleine Rohstoffzentrale da oben mach. Wer auch immer hier lang will, muss erstmal an mir oder an den Bäumen vorbei. Sucht euch euren Hassgegner aus. Dankeschön. Das müssen Sie nicht, wie die Synchronussprächer gedacht haben. Das ist wahrscheinlich wirklich, ne? Runz da einfach mal ein bisschen ins Mikro. Ruch, ruch. Sunte, sunte, kurze lunte. So, nochmal sechs Leute für hier hinten. Die können sich ja nicht entscheiden. Die einen sagen Carlos, die anderen sagen Kilos. Carlos ist, wenn du das Auge durch verloren hast. Kilos ist, wenn du der Schlüssel weg ist oder das. Okay. So, Rippa. Mehr Holz. Da haben wir noch die Nahrung. Da müssen wir auch noch ein bisschen nachhelfen. Geht's heran an den Speck. Was ist das Wort, was Nahrung ist, ne? Und dann heißt das warten. Aber das... Ich meine, die... Weil, wisst ihr, die könnten schon längst im Mittelalter sein. Wenn die ganzen Ressourcen, die hier für die gesamten Gebäude und Einheiten rausgepulvert hätten, einfach fürs Agent genommen hätten. Die wären schon so weit. Aber ich glaube, bei der KI ist wahrscheinlich festgelegt, ab so und so vielen Minuten gehen sie in den Zeitalter hoch oder so. Je nach Schwierigkeitsgrad und je nach Startressourcen. Ich mach mal einen Dock. Was soll schon groß passieren? Die bewerfen sich hier. Kartago, Bizantik. Die haben echt alle nur so antike Völker, ne? So, nichts Persönliches, aber ich würde mir hier auch noch die anderen Ressourcen gerne nehmen. Dankeschön. Nichts Persönliches, aber eigentlich schon. Das ist meine Devise. Nichts Persönliches, aber niemand mag dich. Habe ich eigentlich mehr als nur eine Eisenmine? Tue eine, oder? Das kommt mir nicht nur so vor. Ich hab echt nur eine Eisenmine. Hm. Schwierig. Damit komm ich da natürlich nicht weit. Seien die Hinsen ist auch irgendwas, aber ich würde es fast bezweifeln. Die Verbindeten sind da gerade schon voller Kerner abbauen, da kann ich nichts abzwacken. Ich glaube, der Gegner ja gut da unten ist, wäre ich jetzt, aber das ist viel zu weit weg. Oh, ich hab drei Goldminen, aber kein Silber. Hm. Was mehr Bevölkerung bringt auch mehr Ressourcen? Echt? Okay. Hm. Hier wisst ihr was. Ach nee, ihr könnt einfach so machen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt ausbauen. So, jetzt hätte ich, glaube ich, genug Leute hier. Hier ist nicht zufällig noch irgendwo Eisend für mich, oder? What? Ja, klar, natürlich. Mal wieder der Gelbe. Der hat doch ein persönlich... Irgendwas Persönliches mit mir, oder? Hat zum Glück, habe ich hier die ganzen Türme aufgebaut. Wie so ein Paranoide, ey. Hängt immer dran. Nur weil ihr paranoid seid, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Oh Gott, einer der Türme ist nicht aufgebaut. Oh, verdammt, wie er singt. Aber ich glaube, er schafft es noch. Lürft eine lustige Steinigung werden. So, weg mit dir. Es ist echt kein Eisen mehr da. Das ist ja grauenvoll. Vielleicht ziehe ich meine Verteidigungslinie weiter vor. Es sind noch so viele Ressourcen. Meine Freunde machen das schon richtig. Wir machen hier Stoma-Party. Also von Ressourcen, die abgegeben werden, einen Bonus drauf, oder wie? Das ist dann natürlich heftig. Dann muss ich das auf jeden Fall bevölkern. Dann fange ich mal mit dem an, wo meine einzige Eisenquelle ist. Und mach auch mal hier. Obwohl, andererseits wegen dem bisschen... Ja, und das ist jetzt... Darum bringt schon was. Äh, G war's, ne? Das gute alte Gebi-Bevölkern. Ich nehme mich noch das Eiwelleisen. Das ist das einzige, was gut... Okay, Nahrungsmittel, aber die kriege ich jetzt rein. Stimmt eigentlich, ne? Diese Steine von den Türmen, die fand ich eigentlich immer richtig stark. Aber später, wenn die Pfeile schießen, die Türme machen die echt nicht mehr so viel. Kam mir auch immer so vor. Aber kann auch sein, dass es nur Einbildung ist. Talas, Potel, Kalos. Talas. Zund. Talas. Talas. So, Kupferzeit. Dann kriege ich endlich die Farmen. Aber ich kann doch schon mal den Steinbruch. Hier, den Steinbruch. Ich weiß nicht, aber ich... einen Skistand bauen. So, Gold haben wir, Eisen haben wir gesagt. Jetzt muss ich mal ein bisschen Nahrung sparen. Talas. Potel, Kalos. Äh, ja. Es wird gegen K.E. gespielt, Robinson. Pfeile fliegen schnell. Ähm, ja. Ich müsste auch mal reparieren. Reichweite habe ich schon geupgradet. Talas. Kommt, mehr Türme. Für den Fall eines spontanen Raids. Gold, Holz. Davon habe ich beides genug. Dann mache ich noch ein paar Schleuderschlitze, wenn ich ein kleines bisschen stehendes Heer habe. Und gleich ist Kupferzeit. Äh, was ist das Wort? Das ist Kupferzeit. Oh. Hier gibt es einen dicken Raid, aber ich glaube, das sollten meine Verbindungen schon hinkriegen. Ich vertraue auf euch. Dong. Habe ich schon was wegen, ja. Ich hätte eigentlich noch vorhin hingeschickt, aber ich glaube, der ist mir auf dem Weg umgenudelt worden. Ah, ne, doch nicht. Okay. Äh, ja. Doc. Doc. Oh, hi. Kriegsflos. Jetzt machen wir Reichweite. Oh, ein Zeitalter. Jetzt geht's los. Wie viel Zeitalter? Alle. Einfach nur alle. Wie viel Zeitalter? Ja. Oh, steig mich sicker. Und Steine sind auch voll. Ich dachte, ich würde... Okay. Dann bevölkern wir mal doch dieses Stadtzentrum voll, wo jetzt hier, ähm, Eisenerz kommt. Ein Fischerflos. Na gut, jetzt habe ich dann eh gleich Farmen. Oh, ich kann hier mal einen Turm mit hinbauen. Weil ich einen kleinen Schutz habe. Siegeskirchenleiter von Deutschlands. Bekanntest du, der Geschichte ist halt echt so. Ja, jetzt gibt's endlich mal Zeug. Sammeln und Jagen. Rad erhöhen. Ja, bitte. Holzgewinnung. Ja, bitte. Aufwertung zum Turm. Kupferzei. Schön, dass ich das jetzt auch machen kann. Ähm, einen Stall. Machen wir doch auch mal. Aufwertung zum einfachen Bogenschützen. Das machen wir ebenfalls. Streitkolbenträger. Oh, ja. Was ist das? Das ist das, was die Welt braucht. Und da können wir die Mühle machen. Ich glaube, dieser Einflussbereich ist das, wo dann mehr gesammelt wird, ne? Ja, aber ich sage immer noch Zoma. Das ist doch das Wichtige. Das ist auch mehr Angriffskraft. Ich soll einfach mal richtig reinbamsen können. Günther. Komm, mach mal ein paar Streitkampfkämpfer. Yay, Reiter. Mach mal einfach mal einen. Jetzt ist so viel Zeug. Irgendwie, irgendwie fehlt... Plötzlich kommt alles, ne? Jetzt könnte man auch eine Mauer machen. Ich glaube, das reicht nicht mal für ein Tor. Alter, voll die Explosionen hier. Na komm, dann mach das. Dann machen wir die Mauer so. Du bist verwirrend. Das sollte für ein Tor reichen. Streitkolbenkämpfer. Können die Türme nicht drüber schießen? Über die Mauern? Oder ist das... Hm. Ah, jetzt? Schön, dass sich jemand mal entschieden hat. Okay. Das Tor geht jetzt zwar etwas komisch auf, aber... Das ist halt eigensinnig. Oh, Tor geht da nicht. Welch Tor halt. Okay. Ja, bitte mal mehr ans Feld. Mehr Ertrag von Farmen. Ja, bitte. Und gleich noch eine hinterher. Was ist da noch im Bereich? Ich hoffe... Ansonsten wird hier mal weiter gevölkert. Geben, gevölkern. Wo ist er eigentlich hin? Na, egal. Wenn ich diesen Baum hier wegmache... Dann kriege ich da auch noch Farmen hin. Bronzezeit. Die Bonzenzeit. Rauf auf die Felder. Das hat ja auch schon Kupferzeit. Ja, natürlich seid ihr das. Die brauchen gar keine Hoffnung zu machen, dass ich irgendwo mal voran bin. Die Festung hat doch, glaube ich, gar nichts gebracht, ne? Aber ich glaube, die Universität war nicht schlecht wegen Technologien. Äh, Moment mal. Hier wollte ich dann später noch, äh, die Universität. Und ein Krankenhaus auf jeden Fall auch für Verletzte. Sargon von Akkad, alles klar. Gut, dass wir den auch ausbilden können. Komm, machen wir den mal. Äh, Gebäude-SW. Die Gebäudeselbstbedingung erhöht sich. Das ist doch gut. Steht wahrscheinlich für Sichtbereich. Einheiten in der Festung zählen nicht zum Einheiten-Limit. Gott, ist das ein kleiner Bereich. So, das, das. Den Tempel habe ich ja auch, glaube ich. Der muss irgendwo da hinten sein. Genau. Ach, du liebe Zeit. Komm, einfach nur... Ich mache einfach mal am Prophet einfach nur der Nostalgie wegen. Die Kehrung in der Bevölkerung, der verteilt Wasser wird erleuchtet. Selbstheilung. Tempel des Zeus. Ich habe alle ausgegraut, gewollt sein. Alter, was für eine dicke Mauer? Auf der Mauer, auf der Lauer... Ach, da bist du jetzt. Jetzt hast du es doch... Weil die einmal außenrum musst du dafür, ne? Ich glaube, es war eine schlechte Idee hier irgendwie. Komm, lass mal offen. Jetzt hat die sich eingesperrt. So, bitte. Wollen wir jetzt nicht viel besser sagen. Was zur Hölle habe ich hier aufgebaut? Ah, ich habe es gemisst. Ja, wo Edelsstädte werden fallen. Bei den Göttern. So. Ah, ja, stimmt übrigens. Äh, Schiffe. Krieg's los. Wird's auf Regatte. Machen wir mal. So, ähm... Gilgamesch. Oh la 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 la. Langs, mittel, gold, eisen. Nur eisen habe ich ein Problem. Nur eisen, Anführungszeichen, ne? Hört sich so harmlos an. Ich brauche halt mal eine neue Eisenquelle. Richard, sag doch auch mal was. Ich versuche jetzt mal da unten eine neue Filiale aufzubauen. Stichpfeil, Trefferpunkte. Mein Stichresistenz ist schon nicht schlecht. Geschwindigkeit, um besser kiten zu können, ist natürlich auch eine gute Sache. Ich muss mal überlegen, was ich aufhörte. Hm. Ja, Universität kann gerade gar nichts machen. Okay. Oder hat die Universität... Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht hat. Ich glaube, das mit den Schützen vor Katastrophen war ja der Tempel in der Nähe. So, jetzt muss ich mal das Gebäude hier aufwerten. Irgendwann auf 50 kommen, dass die Eisenmeer wenigstens besser läuft. Welche Tat kann ich vollbringen? Gehen wir mal runter. Weißt du... Deswegen ist er auch der Stratege, der ist auch der Einzige hier, der überhaupt sprechen kann, ne? Alle stummeln hier nur vor sich rum. Und rufen irgendwelche lauter. Und der Typ hier spricht so feinste Hochdeutsch überhaupt. Hopp. Aha. Guck mal einer an. Es ist wieder Platz für Obst im Haus. Wir werden angegriffen. Nein. Nein. Alter, was ist denn hier los? Äh, tut mir leid. Ich glaube, wir müssen die Mission abbrechen. Ich... Alter. Waaah. 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 Ach, hast du gesagt, voller Abkür... Äh, äh. Genau, boah, erstmal ne Mauer. Was mit einem Einwollen klappt schon mal ganz gut, aber... Also, der Spirit ist da. Ich möchte gerne ins nächste Zeit, Alter. Ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwas... ...gerissen bekomme hier. Oh, schön, dass er auch ein Tor baut. Ich möchte gerne ins nächste Zeit, Alter. Danke. Ah, boah, ich habe noch Nahrungsmittel. Eisen sollte eigentlich die Nahrungs... Nahrungsmittel sind das größte Problem. Kann sein, dass die jetzt gerade ausge... Ah, ja, okay, okay, wir sind ausgegangen. Alles klar. Ist gut, ich verstehe. So sind wir also drauf, ja? Hier oben auch? Nee, oben noch nicht. Ah, was geht denn hier ab? Da will ich gar nicht erst mitmachen. Oh, wunderbar, dein Verbündeten. Die werden die für dich gerne verteidigen. Hm. Ich glaube, ich würde Priorität erstmal drauf setzen auf... ...Zeitalter-Upgrade. Ich werde nämlich so das Gefühl nicht los. ...dass ich gerade in Leichtunterlegen bin. Min-mi-mi-minimal. Komm, jetzt mache ich ja auch noch die Felder, soweit wie es geht. Das gefällt. Pest! Ich glaube, die Pest hat richtig viel Schaden gemacht, ne? Im Flächenbereich. Gesundheit. Ich mache mal noch ein paar Ausbildungsgebäude. Auf kurz oder lang werde ich die brauchen, glaube ich. Oh, hi! Wollt ihr jetzt vorbeikommen, oder was? Oh, Prophet. Wo ist denn jetzt mein Prophet überhaupt? Ach, da kommt er angeswagged. Die sind übelst durch diesen Kleinen. Das ist voll die Tower-Defense, die ich hier habe. Malaria, vor wir winnen. Okay, dann war es Malaria. Oh, ein Samson. Ähm... Da, da. Nahrungsmittel, Gold, Eisen ist immer noch... Oh, Eisen! Warum machst du das mit mir? Ich habe ja auch keine Möglichkeit, extra Eisen zu holen. Kann ich eigentlich? Das mal ein bisschen besser, die hier. Die Sprüche hört. Vöckere mal die Felder. Da fehlt nur noch das eine. Das... Ah, da. Nein, nein, nicht alle. Oh Gott, das will ich bitte nicht. Brachplatz oder so gibt es ja nicht. Oh Gott! Was sehe ich denn da? Eine ungenutzte Eisenmine. Wäre doch echt schade, wenn sich jemand unter den Nagel reißen würde. Tut mir leid, aber dieses... Diese Eisenmine ist jetzt Eigentum. Das... Deutschen Kupferzeitreiches. Äh... Okay. Was ist denn hier los? Ja, okay. Okay. Egal, was ich mir angucke, ich habe ständig so das Gefühl, okay, auf diesen... Bei diesem Spaß kann ich noch nicht wirklich mitspielen. Ein paar von hier können sich mal abziehen, bitte. Was ihr wieder abzieht, ey. Erstmal übelst dreckiges Dormat hier. In Galären. Och, da ist noch ein Kriegsfluss von Kartago. Sie müssen jetzt einfach über das Schiff zerflexen. Aber die KI ist gar nicht mal so unklappbar, was das Platzieren von Mauern angeht, ne? Die erkennen wirklich solche, solche Engstellen und machen da Mauern hin. Bevölkern, bitte. Oh, ich darf abgraben. Ja, 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 ja. So, neue Eisenmine erschlossen. Jetzt geht es mir doch gleich schon viel besser. Jetzt schiebt man doch bestimmt eh genug. Wir werden angegriffen. Mit den Eisen- und Zahnaushauwerk. Wie ich so weit rauszoomen kann, das ist mit einem Mod. Also, du musst einfach mal suchen, hier, ähm, Empire Earth, ähm, weiterzoomen oder einfach weiterzoomen und dann, da bin ich dann fündig geworden und hab einen Mod gefunden, mit dem das funktioniert. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh, hi. Aber die Türme würde ich trotzdem mal gerne fertig bauen irgendwann. Mit denen fühle ich mich etwas sicherer. als ohne. So, jetzt müsste ich ja gleich in der Ticker. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir alle Zeitalter durchhauen wollen, dann, dann bleibt es bei diesem Einmatch vor. Jetzt sind wir in der Bronzenzeit. Alles klar. Kriegselefant. Kurzschwertkämpfe. Phalanx. Oh, Alexander, der Große. Goldgewinnung, Nahrungsgewinnung, Türme. Und jetzt haben wir kein Stoma, ne? Mehr? Doch. Immer noch. Mit ganzem Herzen. Ah, ne. Ah, die Schwertkämpfer. Ah, die Kurzschwertkämpfer. Die fand ich immer cool. An die Säbel und Angriff. Mit ganzem Herzen. Mal ganz klein, dass man die Sprüche noch mal besser hört. An die Säbel und Angriff. Mit ganzem Herzen. Ja, was mache ich mit euch eigentlich? Einfach Schaden und Lebenspunkte, damit macht man eigentlich nie was verkehrt. Ich meine, okay, die Pfeilverteidigung ist eigentlich schon ziemlich gut. Wir könnten dann noch die machen, wo sie eigentlich schwach sind. Oder das wäre Schlag. Stich sieht man gar nicht, ne? Weil Stich nicht wahrscheinlich der ihre Schwäche sind, ne? Okay. Okay. Farm dringend. Achso, achso. Man kann auch wirklich... Ach, das ist damit gemeint mit bevölkern. Ah, aber gut, okay. Farm sind jetzt gerade nicht das Hauptproblem, was, ähm... Also Nahrung ist jetzt nicht mein Hauptproblem. Sieger das Eisen. Aber ja. Ja, ja, ja. Kann ich eigentlich auch... Ah, ich kann sogar gleich in Fünfergruppen rekrutieren. Eure Befehle? Schlag und Stich. Schlag und Pfeil. Eure Befehle? Für Ruhm und Ehre. Mit ganzem Herzen. Sie gelten. Wie da einfach alles durchgebixt wird, ne? Hier... Griechische, beziehungsweise makedonische hier verlangen, dann römische Legionäre. Ganz kurz, Schwertkämpfe. Wurf-Schwerträger, Streitwagen, Elefanten. Dafür vermisse ich jetzt schon fast die Kampagnen, die immer auf die ganzen Zeit, Alter, zugeschnitten waren. Was soll ich sagen? Schon mein Lord. So, das eine mache ich noch. Dann auf jeden Fall weitere Farmen bevölkern. Ja, in Palästin-Neuzeit kenne ich auch noch von meiner Kindheit tatsächlich, aber... Ähm... Oh, eine schöne Mauer, eine wunderschöne Mauer. Ich brauche noch mal ein paar Türmeer hin. Oh, ich bin sogar vor den anderen in der Antike, wie es aussieht. Ich habe einen kleinen Zeitalterfutter. Wisst du was? Dann können die ihre Kriege ausfechten. Ich nutze meine gesamten Ressourcen, um hochzutecken. Spätestens wenn ich dann im Weltkriegszeit halt angekommen bin, dann kann ich meine deutsche Trumpfkarte spielen und dann geht's ab. Graben kostet ja auch nicht die Hilfe. Was ist denn hier los? Oh, das ist ein erfolgreicher Raid hier. Nicht schlecht. Wieso ist er denn hier da durchgekommen? Der hat gar keine Mauern aufgebaut, ne? Ja, kotzt euch ruhig weiter gegenseitig an da unten, das passt schon. Wenn zwei sich ankotzen, dann, ähm, dann säuft noch der dritte. Irgendwie so. Und volle Kanne Badewanne. So, dann machen wir mal noch die Silos voll. Gebäudezeiten, stärkere Mauern, Selbstheilung. Selbstheilung klingt eigentlich nicht schlecht. Was brauche ich für das nächste Zeitalter eigentlich? So, erste Farm ist voll. Eure Befehle zu Ruhm und Ehre. So. Komm mal ran mit dem ganzen Spaß. Mehr Bevölkerung, bitte. Aber das brauche ich für das nächste Zeit, Alter. Oh, okay, die sind jetzt auch in der Antike angekommen. Beziehungsweise in der Brunnerzeit. Ich glaube, Antike ist ganz treffend. Okay, sehr gut. Mehr Power. Power. Ah, jetzt sehe ich es. Frühes Mittelalter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit so weit rausgesummt geht auch ein bisschen was von dem Flair verloren, weil der ursprüngliche Zoom war irgendwie so, ne? Also man fährt wirklich weiter als so, hat man nicht sehen können. Dann hätte ich gerne noch ein weiteres Dock. Ich kann ja schon fast frühe Mittelalter gehen. Also jetzt kann ich mal so richtig loslegen, was Tekken angeht. Aber Streetfighter geht im Notfall auch. Ähm. Belagungswerke. Gewiss. Ja? Ja, mein Lord? Gewiss mit Gebiss. Äh, ja, ihr alle, ne? Ähm, ihr bevölkert nicht mal. Wir spielen jetzt mal Bevölkerball. Blau ist schon in der Epoche weiter, echt? Achso, ja gut, die sind jetzt hier auch in Bronzerzeit, ja. Ja, ja, jetzt sind alle schon nach. Aber ich war, glaube ich, Erste. Ich glaube, ich war Erste. Mega. Das Gefühl des Erste Seins, so ist das also. Sagen wir mal, will hier keiner die Salami haben? Dann nehme ich mir die. Ich brauche noch Nahrung. Aber die Silos sollten jetzt ganz gut funktionieren. Hier konnten wir... Oh, die Rambe, ich habe sie vermisst. Sie sehen so bescheuert aus, ey. Dieser Auto ist einfach nur... So, hier auf jeden Fall noch aufwerten. Für mehr Stuff. Und hier oben, ja klar, hier ist noch eine große Eisensproduktion von mir. Aber vielleicht nicht zufällig, ich möchte jetzt auch beatecken. Was? Der Silo an der Kasanne ist noch nicht... Was? Silo an der Kasanne. Ah, stimmt. Ah, alles klar. Danke, danke, danke. Es muss dann auch noch bevölkert werden. Alle mal rein da. Wir werden angegriffen. So. Was? Achso, die Tiere. Ja, gut, okay. Wie klein und süß die Elefanten plötzlich aussehen. Wie die auch laufen. Die Bonzen-Kavallerie. Wahnsinn. Oh, da fehlt noch einer Okay, komm, ich baue mal ein Auto Zeitalter Upgrade ist im Gange Was kannst denn Kannst den Sammelpunkt direkt auf das bevölkerte Gebäude Maschinen da rein bist Echt, machen die? Okay Was ist das für ein Halbkreis? Wie viel die KI hat Wenn ich vor, dass ich in Ruhe gelassen werde hauptsächlich Äh, da mach ich einfach den Sammelpunkt direkt drauf Ah, neue Technologies Sammeln und Jagen Holzgewinnung TP Erhöhung Plus 5 zur Bevölkerungsgrenze Oh, ich hab nur noch 666 Warum ist das so wenig? So, was kann ich jetzt so bauen? Eigentlich noch nicht mal irgendwas Neues, ne? Also jetzt sind sich so viel geändert Aber ich kann Kompositbogen schützen Und Pilumträge Oh, Wikinge Barbaren Stimmt, die gab's ja Panzersoldaten Ja, Milo Yes So Gut, Zahlungen Schiffe Grund ist jetzt das Gold bei Blau unterhalb vom Eisen Na gut, Gold hab ich eigentlich eh genug Ah, guter Hinweis Auf jeden Fall Ich kann trotzdem schon mal anfangen zu claimen, ne? Ja, Milo Mach mal die Helden auch mal besser Oh, was? Ob ich Reisen vollkenn? Ja, ich wünschte, ich würd's mal wieder zum Laufen kriegen Das wär auch mal ne Idee für ein Let's Play Ich hab's damals wirklich gespielt, als das rauskam Und fand die Idee super Und dachte immer, das ist die Zukunft der Strategiespiele Und dann war's das Einzige in der Richtung, was rausgekommen ist Aber ich hab's mal irgendwann versucht zum Laufen zu kriegen Das ging auf modernen Systemen nicht War, gute Frage Gibt's das vielleicht auf Geog? Das ist ne gute Frage, ne? Ähm Soll ich noch ne Mühle mehr machen? Ist Ich glaube, es ist egal, ob ich die Mühle fern abbaue, ne? Vom Kapitol Mache ich im Falle noch eine da hinten auf Es kann auch sein, dass ich nur jetzt solche Nahrungsprobleme habe Aber ich mach nur noch ne weitere Was ist denn der Große? Und wenn ich jetzt Cäsar machen? Dann Karl der Große und Cäsar Aber was muss ich jetzt machen fürs nächste Zeitdaten? Ich kann doch keine neuen Gebäude machen Oh, guck mal, der Rambock Oh Ist der nicht drollig? Wisst ihr, woran der mich erinnert? Kennt ihr die Werbung von Kennt ihr die Werbung von Ghostwing? Alle, die sie kennen, müssen jetzt wahrscheinlich lachen Aber erinnert mich gerade Nur hängt er nicht so schlaff Wir werden angegriffen Ja, hi Genau, geh mal unter Bäume werden verbraucht Jupp, jupp, jupp Nur sehr, sehr langsam Ja, ist mir aufgefallen Einfach zwei Gebäude bauen Einfach zwei Gebäude bauen Egal was für welche Okay, verstehe Na gut, dann machen wir noch ein Belagungswerk Noch mal ein Schießstand hierher Oh, Armboss Das stimmt, die haben ja, glaube ich, sehr starken Angriff gehabt Aber Oh, die haben ja auch schon komposit Mann, hör doch mal auf So schnell zu agen wie Wer war komposit? Ich glaube, die sind im gleichen Zeitalter wie ich, ne? Mann Aber die sind Oder hier haben bloß die Türme nicht abgegradet, oder? Übelstes Battle Oh Mann, was hier abgeht Ja, 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 ja Ich krieg gleich das Zeitalter hin Wie sagt der ein weiser Mensch doch gleich Wird auch höchste Zeitalter Ja Ja, mein Lord Ja, ja, mein Lord So sei es Ja, mein Lord Kommt da so wenig zustande? Was steht hier in der Gegend rum? Warum stelle ich so viele Fragen? Ah Jetzt gibt es gleich nächstes Zeitalter Jawohl Mittleralter hat die hässlichsten Texturen Ja, leider, ne? Ja, leider Oh, cool Alles klar Hätten wir doch geschafft War doch hinterleicht Mittelalter 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 Für den Thron Die Leute Mittelalter Die hatten echt keine Mittelalter Bevölkerungsgrenze Machen wir einfach mal Komm, machen wir das auch mal Wohin soll ich gehen? Morgenschützen vorwärts Ja, mir soll es alles Gibt es bei GOG nicht? Oh Mittelalter Mittelalter Obwohl, so schlimm war die Textur nicht, oder? Yay Mittelalter Karl der Große Von Alexander Groß auf Karl der Große Angeber Ja gut, okay Das ist ja noch das Das habe ich ja nicht gemacht Langschwert Kämpfer Und Pekingiere Gebäudeselbstbedienung Goldgewinnung Eisengewinnung Yes Ja, ich glaube Es wird Zeit Für mehr Kasernen Und noch einen Stall Die Stall werden ja später Dann zu den Panzerfabriken Und ihr seid noch nicht Mittelalter Geringverdiene Okay Alles klar William der Eroberer Und Richard Löwenherz Ah ja Das erinnert mich nicht an Die englische Kampagne Die war schon cool Ah Mann Ich weiß Ich muss irgendwann Das Eltern noch spielen Aber ich hatte schon Irgendwie Bock Ich hatte schon irgendwie Bock Die Kampagnen nochmal zu spielen Die normalen Vor allem Weil es auch schon wieder So lange her ist Nicht wahr Rambock Stelle bringen wir Nichts mehr Die Renaissance Nein, danke Für mich ohne Soße Oh Mehr Ertrag von Farmen Jetzt wird hier Gegrindet Das sage ich euch Ankerlichten Ah stimmt Will vom DLC abraten Ja ich kann mich auch erinnern Ich kann mich erinnern Also das ist halt so Auch so eine Tatsache Und das spricht auch für sich Ich kann mich in meiner Kindheit erinnern Dass ich die Hauptkampagnen Alle vier Kampagnen Die griechische Die englische Die deutsche Und die russische Kampagne Die habe ich in meiner Kindheit Wirklich hoch und runter gespielt Immer wieder Und immer wieder Missionen Das Seton habe ich einmal durchgespielt Und dann die wieder Ich glaube es war nicht schlecht Aber es war einfach nicht erinnerungswürdig Fischen mag ich immer noch nicht gut Ich weiß nicht ob es jetzt wirklich notwendig ist Aber was macht ihr denn mit den ganzen Schiffen Oh die sind jetzt auch schon Ne das bin ich mit Mitleider Boah ich bin echt voraus Geil wenn ich jetzt noch schnell Er ist Mitleider oder Nehmt mir doch nicht meine Meine Illusion Dass ich irgendwas erreiche Meine Wohlstandsillusion Nein Ich setze das Vorsäge War das eigentlich Wann war das eigentlich der Typ? Und was war das? War es ein Fischerboot? Ich muss mal alle Boote durchgehen So viel Zeug verbringst du Ok Transportschiffe. Aber ich glaube, ja, das war der Diplomat der Spezielle, ne? Bist du aus Langeweile gesunken, oder was? Die war ja auch super legal. Oh, das ist voll der Nobel-Rambock, ey. Das ist kein Plepp-Bock mehr, das ist jetzt der Nobel-Bock. Meine Pizza schmeckt wie Arsch auf den Frühlingsmorgen, alles klar. Das Sprecher hatte mit angewechselt, der alte Wasser... Der Sprecher vom... Der Missions-Sprecher. Oh, das ist dann echt schade. Yes, Renaissance! Ja? Gut. Rein da. Ich glaube, das mit dem Gebäudebesetzen, das habe ich auch in meiner Kindheit nie gemacht in dem Spiel. Aber ich habe es trotzdem irgendwie immer geschafft. Also, die Kampagnen-Schwierigkeit ist einfach viel, viel einfacher, als jetzt diese... Diese übertrieben auf Steroide sich befindende K.I. in den Skirmishes. Kavallerie-Bogenschütz. Oh. Trebuchet. William. Oh. Kommen auch Erinnerungen hoch. Stimmt, ich habe da unten ja schon mal weiteres Gold geklämt. Äh, was? Fischerbooten, irgendeine Art von Kriegsschiff im Imperial-Zeitalter. Kriegsschiff-Renaissance. Ja! Ich glaube, die sollten einfach nur Arr sagen. Arr! Ausdrücke der Schmerzen einfach nur. Gut. Stein-Gewinnung. Dreh-Budget. Genau. Aus welcher Stadt ich komme. Oh lala, das ist... Eine sehr... Schwierig zu beantwortende Frage, weil ich schon in sehr vielen Städten war. Also geboren bin ich in Bad Mergentheim. Aber so viel damit habe ich nicht am Hut. Anker setzen. Der Anke. Mit G. Der Anker. Ja. Ja. Gut. So, mal hier besetzen. Dann gibt es noch weiteres Gold. Gold mit T. Oh, die erste Arkebuse. Oh, die ersten Kanonen-Felsschlange. Oh, ja. Ich habe damals immer Sachsen-Runde gehört. Hä? Isabella. Nicht Isabella Lecter, ey. Die tut doch schon wieder ihre Splatter-Fantasie nach mir auslassen. Mit Hatterin erinnere ich mich gut. Der königliche Karussell-Fahrer, ey. Wahnsinn. Mein Glückwunsch zur Beförderung. Imperialzeit. Alle Chicks. Alle Chicks durchchecken, ja. Imperialzeit hat er da. Ah. Ich baut vor allem noch nicht gut Eisen. Geht, geht, geht. Das sollte machbar sein, alles. Noch irgendjemand, der Eisen für mich hat, bitte? Eisen, kein Krieg. Ich möchte doch einfach nur ein kleines bisschen Eisen. Richard kam vorbei und hat es nach ein bisschen Milchein und 5, 50 Kilo Eisen gefragt. Ähm. Ne, das ist auch wieder Stein. Und die übelste Karawane. Sobald's... Ey, was... Was für ein Stellungskrieg ja alles mit Mauern. Aber jetzt ist sie abgeworlt, ne? Hm. Ha. Das schreit doch förmlich nach. William ist plötzlich zu Isabella geworden. Ein bisschen Eisen noch. Dann geht's hier ab, sag ich euch. Das ist die... Das ist die GOG-Version jetzt, Marcel. Die läuft stabile. Aber mit deutschem Patch. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ja, wo kommt der her? Voll der Pöbel hier. Pöbelaufstand. Weil die Schwertkämpfer würden gar nicht besser geworden, als die in der Soße. Also... Also könnte ich... Hat der... Hat der einen Federpush? Ach nee, das ist vom Pferd oben drauf. Ich dachte schon, was hat so ein... So ein Staubwedel in der Hand. Als Waffe. Kann man auch mal machen, ne? Kann man machen. Ja, kann man machen. Zusätzliche Bauern, bitte. Weil jetzt, wo hier alles frei geworden ist... Feuert eine Breitseite! Imperialzeit! Ne, das sind immer noch die... Fischeboot... Fischeboot sind immer noch... Ah, jetzt? Ja, weil ich das noch aufwarten muss. Ein Kreuzer-Kugelboot. Okay. Die Schwindigkeit von Bürgern. Da spricht nicht so viel dagegen. Oh, darf Rehbahn! Dankeschön für die 10 Euro. Guten Abend, Lord Utwin. Wie laut meine Befehle. Weg da von der Tastaturkunde. Äh, wage es nicht, das abzuschicken. Guten Abend. Guten Abend, darf Rehbahn. Wir werden angegriffen. Ewig. Also tatsächlich, ähm... Kiki Gawa... Ich hab den relativ schnell gefunden, den Patch. Weil es ist so... Ich hab überlegt, ob ich die GOG... Weil ich hab die tatsächlich schon gehabt. Aber ich hab nur überlegt... Ah, was mach ich jetzt für eine Version? Und dann hab ich mal ganz kurz geschaut. Gibt's denn einen Deutsch-Patch? Hab ich geschaut. Und dann hab ich einen gefunden. Gleich relativ schnell. Ah, ja, das ist er. Ich glaub, das ist er. Warte, dann machen wir mal hier noch ein Kugelbötchen. Und dann nochmal alle Schiffe. Yes! Ankerlichten! Setz das Vorsiegel! Ankerlichten! Das ist so durch. Setz das Vorsiegel! Rudergänger! Rudergänger! Ankerlichten! Der hört sich so wunderbar verzweifelt einfach an. Rudergänger! Freizeit! Rudergänger! Ankerlichten! Der Ludergänger! Ah ja, was ist der? Ich kann bei Bogenschießern gar nichts mehr bauen, ne? Krass. Musketier! Hat jetzt jeder fünf Stück gebaut? Ja, fünf. In den Tigger-Bisten, ja, bitte. Äh. Und ein paar Scharfschützen. Hauptsache, ich hab was da. Wie kann ich zu Diensten sein? Ja, Milon. Wie kann ich zu Diensten sein? So, nächstes Zeitalter, müsste ich erstmal wieder Mauer verbessern, sammeln und jagen, Holzgewinnern. Das wechselt sich immer ab, ne? Mal Holzgewinnern oder was? Äh. Yes. Toll, zwei besetzen das jetzt schon, aber egal. Können wir ja machen, Elisabeth und Kromwell. Ah, Industriezeit, Alter. Und dann geht's so langsam los. Der ganze Spaß. Oh, ich kann ja jetzt schon mal gucken, dass ich... Alles vorbereitet für. Ja, Age of Mythology... Gut, aber ganz ehrlich, nicht nur besser gealtert. Age of Mythology hat von Grund auf schon besser ausgeschaut als Empire Earth. Zumindest stimmiger von Grafikstil. Ein Jahr später, wohl, das kann auch gut sein. Aber an sich, Age of Mythology, äh, war ja auch ein riesiges grafisches Update zu Age of Mythos 8 Pass 2. Alle Reichweite, bitte. Da sind immer noch Kriegsphiloso unterwegs, was geht denn mit euch? Wie, die Angst einflossend. Befehle Käpt'n, volle Breitseite. Macht die Kanonen bereit. Ja. Ja, ja. Ja. Unverzüglich. Okay. Oh, hi. Da trösen wir doch eine ein. Darf ich behilflich sein? Ist mir ein Spätkämpfer vorwärts. Spätkämpfer gibt es schon gar nicht mehr. Schiffsreparaturrate bei Docks. Oh ja. Fertig. Euer Befehl ist mir ein Vergnügen. Darf ich behilflich sein? Boote in Heiden. Aua, irgendwas hat mir meine Dorfbohne weggemacht. Sorry, aber die brauche ich noch. Meine Freundin, wettmacht die Kanone. Das Geld noch in der Steinzeit. Das kommt mir irgendwie so vor, ne? Zumindest hat er immer noch seinen... Ja, ernsthaft? Der ist noch in der... Warum? Der hat es irgendwie nicht ge... Dass der immer noch nicht fertig gemacht wurde, ey. Wir werden angegriffen. Komisch. Na, was können wir in der Arte machen? Machen wir mal ein bisschen was da. So, nö. Bombarde. Einfach mal alles durch die Bank weg. Okay, dann eine ganze Menge Gold und Eisen. Und Eisen ist das Problem. Dieses Problem ist uns bekannt. Ja? Und verzehnt es. Don Gallone. Hau mal alle ein bisschen. Na gut, ich sollte mein Eisen nicht für die Schiffe verbrauchen die ganze Zeit, ne? Wie süß die Elefanten ausschauen, ne? Und sogar noch Peltasten dabei. Lundträger. Viel Gold, wenig Eisen, Cavalry Spam. Ja, stimmt. Nahrungsmittel Gold. Da ist was dran. Karabinerschützer und kündigliche Karussellverein. Okay, dann machen wir mal hier ein bisschen was. Wie kann ich zu diensten sein? Gut, jetzt hab ich... Gut, aber Gold hab ich trotzdem mehr Quellen. Auf denen ich sitze potenziell. Euer Befehl. Für Ruhm und Ehre. Euer Befehl. Wie kann ich zu diensten sein? Wie kann ich zu diensten sein? Wie kann ich zu diensten sein? Oh, die scharfen Zier. Das war ja schon die erste Version von diesen Eckenschützen dann später. Und was auch... Wann ich mich auch immer noch erinnere, die Partysanen, die ja wunderbar schön immer die Flugzeuge abschießen konnten. Das war praktisch. Oh, die Flugzeuge, da freu ich mich drauf. Da flatter ich dann mal rein bei euch. Ich kann da alles schon mal vorbereiten. Hier ist eigentlich so ein guter Punkt, wo ich sagen kann, hier gibt's dann eine neue Base. Gut. Ich probiere das auch noch mal mit einer neuen Siedlung. Wir werden angegriffen. Herzlich. Beklaget jetzt als erledigt. Euer Wille geschehe. Das ist das, dass die immer noch nicht vorankommen, obwohl Geld nur Kollenträger hat. Mit der roten Base soll noch eine... Okay, da ist eine Eisenmine, ja. Da ist noch ein bisschen was übrig, ja. Von daher ist es eigentlich überall noch ein bisschen Eisen, dass ich abzwacken kann. Euer Befehl. Wir werden einbegeben. Euer Befehl. Da kommt ich ins Kirchenland mit seinem Rambock. Das wollen wir jetzt aber wissen, hier. Seid ihr eigentlich an? Ihr seid noch mit den Leiter, ne? Hm. Ja, ich bin ein bisschen voraus. Das ist lustig, sobald die ersten Flugzeuge und Panzer kommen. So lange möchte ich zumindest noch warten. Obwohl die ja im Elite-Gardisten sind, die also schon in der Renaissance zumindest. Fertig. Euer Wille geschehe. Ich weiß ja nicht, weil das müsst ihr an den Gebäuden dann sehen. Ich müsste bald aufsteigen können ins Industrie-Zeitalter. Ein bisschen Industrie schadet nie. Euer Befehl wird erledigt. Wo sind jetzt meine ganzen Dorfbewohner hin? Ach, die haben also... Oh, Mann. Man kommt da auch nicht durch, ne? Ich kann das übelst verwinkelt. Gebt mir die volle Ladung Eisen. Wir überschreiten den Event-Hor-Hor-Eisen. Wir werden angegriffen. Den Eisen ist Horizont. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die persische Cavalier. Wir werden angegriffen. Okay, ich muss jetzt mal irgendwie meine Base da drüben aufbauen, die ich haben wollte, die ganze Zeit. Das wird jetzt dann nie was. Darf ich behilflich sein? Wie kann ich zu Diensten sein? Wie kann ich zu Diensten sein? Einfach mehr aushalten, das ist immer gut. Euer Befehl. Betrachtet es als erledigt. Wie kann ich zu Diensten sein? Es wird erledigt. Dass da auch noch ein Kononen kommt. Fertig. Ich bin jetzt mega-Türmerbein. Ich habe ja ewig viel Stein, ne? Ich könnte jetzt mal wirklich noch eine Linie nach vorne. Wie kann es zu Diensten sein? Aber auch hier möchte ich weiter vor. So, Industrie. Jawohl. Goldgewinnung und Eisengewinnung. Bismarck. Und Napoleon. Born to Party. Wir werden angegriffen. Mehr Gebäudeselbstbedienung ist auch mal wieder gut. Grenadier. Ja. Befehle, Captain. Die Schiffe mal aufwerten. Wie kann ich zu Diensten behilflich sein? Türme. Grunde ich kann nicht aufwerten mehr. Ja, gut. Okay. Fülle, Städte, Städte, Kapitole auf. Ja, müsste ich jetzt auch mal machen. Das hat er so... Na, noch nicht ganz. Wir werden angegriffen. Hier, ah, mehr Ertrag von Farmen. Ist okay. Da können wir noch weitermachen, auf jeden Fall. Hier bin ich auf Max. Hier oben war ich auf Max. Da kann ich noch mehr machen. Darf ich behilflich sein? Nö, bitte nicht. Ist der... Der ist immer noch Steinzeit. Na wohl, nicht gerne. Gut, der ist Steinzeit, ja. Der hält nicht viel von Aging, ne? Wir werden angegriffen. War einfach übelst weggesäbelt. Wir werden angegriffen. Oh, ein Kriegsfloß. Da kommst du ja auch verarscht vor, irgendwie. Ja, deine Breitseite. Okay. Dragone. Oh, ein imperialer Carisseur. Connoisseur. Die Drögen baue ich nicht mal unbedingt. Oh ja. Damit kann man doch. Oh ja. Hauptsache, ich habe noch einen Langbogen. Wie kann ich zu diensten sein? Euer Befehl? Darf ich hilflich sein? Das sind jetzt die Mayas, ne? Irgendwie, ne? Ich kann mich noch erinnern. Ich habe meiner Kindheit auch mal so Skirmisches gespielt. Und habe gegen einfache KIs, bin ich da einfach so weggetaggt. Und bin dann später mit so Robotern, mit so Zeus-Robotern gekommen. Und die waren irgendwie noch im Mittelalter oder so. Das ist immer wieder lustig. Wenn so diese Zeitalterunterschiede sind. So, nächstes Zeitalter. Ja, erster Weltkrieg. Da geht es endlich mal mit den Flugzeugen los dann. Da brauche ich ja gar nicht mehr so viel. Ich habe hier auch mal einen vorgeschobenen Stützpunkt dafür. Was ist denn hier los? Der Holzwahn. So, da sind drei dran. Hier ist voll. Hier sind vier. Ich würde gerne mal mit zwei abzwacken. Danke. Niemals Artillerie, Infanterie und Panzer zusammen bewegen. Also immer einen getrennten Regiment haben. Okay. Kann man eigentlich, wenn ich jetzt die Truppen... Wie kann ich zu dir geschehen? Wie kann ich zu diensten sein? Da kann ich es nicht machen mit Nummer... Schau, also Stronghold Crusader ist eines der wenigen Spiele, wo man mit einem Nummer-Block die Einheiten auswählen kann. So, jetzt kommen wir gleich in die richtige Zeit hier. Jetzt gibt es gleich Flugzeuge. Dieses Meme, wo römische Legionäre aus dem Chinook stammen. Stimmt, Generous bräuchte echt auch eine Definitive Edition. Vor allem wirklich Generous. Weil ganz ehrlich, in Deutschland ist es jetzt nicht mehr so, dass es geschnitten sein muss. Dementsprechend kann man es auch hergeben und das Original-Generous nochmal releasen. Bisschen Eisen noch. Ich kapiere halt nicht, wie meine Verbündeten es nicht schaffen. Klar, ich könnte denen einfach ein Angriffssignal geben. Aber wie die es halt wirklich nicht schaffen, den gelben Steinzeit-Typen da umzunudeln. Die sind da echt überfordert mit. Der ist einfach zu viel. Ich müsste es gleich haben. Hm. Wie man als Kugelschutz auch wirklich so eine kugelsichere Weste sieht. Die hatten ja bestimmt schon in der Industriezeit, Alter. Eine Kevlar-Weste. Feuert eine Breitseite. Wie das so speziell betont einfach. Keine Längsseite. Eine Breitseite, Junge. Komm mal her, ich zeig dir, wie das geht. Oh, nö, da ist er schon wieder, Mann. Gönnt immer auf, um da rumzureden. Ich hab da auch keine richtige Verbindung. Es ist alles zu hier. Ja, genau. Erst mal eine Frau erschossen. Aus Frust. Das war nicht aus dem Spiel. Das war jetzt einfach real, so im Hintergrund. Er ist nicht mehr in der Steinzeit im Kriegsnebel. Ne, er ist schon noch in der Steinzeit. Ich sehe öfters mal hier Steinzeitkriege rumlaufen. Das ist unser Verbindeter. Aber hier, guck mal, das sind noch Keulenträger. Und Kriegsflose. Was ist, was, was machen die hier? Aber da ist richtig vorreizig am Spammen. Aha. Aha. Kann ich das eigentlich auch drehen? Irgendwie nicht, ne? Egal. Gibt Schlimmeres. So ein Donut-Ball. Das ist ja der Vorteil von der, in der deutschen Kampagne gewesen, weil die deutschen Infanteristen waren eigentlich vom Zweiten Weltkriegszeitalter und die hast du schon früher haben können. Fokker-Jäger-Bombe. Dann machen wir nochmal eine. Jagdbomber sind eigentlich ganz gut. Dann ein paar Uta-Bomber. Uta, wir machen das. Steingewinnung. Betontürme. Den Waran, aber den roten Baron darf ich doch nicht tofen, aber ich glaube, den kriege ich nur zu Fuß und nicht mit seinem, mit seinem schönen Flugzeug. Artillerie-Technisch können wir jetzt auch mal umsteigen zur Hauptwitze. So, ihr Barbaren. Jetzt zeige ich euch mal ein bisschen Zivilisation. Panzerfabriken brauche ich auf jeden Fall auch. Oh, keine Frage. Oh, guck mal, wie süß. Ich hoffe, ihr habt Luftoppeer vorbereitet. Ich war das eigentlich auch ganz wichtig bei denen, dass die früher schießen können schon. Mehr Angriffsschaden natürlich auch. Ich glaube, Flugzeit wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, ne? Ich weiß nicht wieso, aber das Flugzeugsystem fand ich schon immer irgendwie cool im Spiel. Die Geschwindigkeit ist ja eher schlecht gewesen bei den Flugzeugen, weil dann haben sie weniger Zeit gehabt zum Schießen, zumindest bei den Jägern. Flugzeit ist eigentlich keine schlechte Idee. Weil die halten echt nicht lange. Ah, die Artillerie. Maschinengewehr. Was will ich mit einem Waran? Jetzt könnte ich mit so einer Echse irgendwas anfangen. Oh, ich glaube, ich habe ja ziemlich gekapert, das Ding. Ich werde mal trotzdem schnell reingehen und das Ding bevölkern. Und schauen, ob ich da auf Dauer alles bekomme. Was brauche ich denn für den guten alten Manni? Aus mit Leisen. Habe ich doch eigentlich. Bevölkerungslimit für Helden, sag mal, geht es euch gut wo? Äh, alle meine Flugzeuge, soweit werden die gar nicht kommen, ne? Versucht's mal. Mal da rein, bitte. Hier brauchen wir auch mal ein bisschen Panzer. Habe es auch noch Schwertkämpfer dabei. Hi. Oh. Tja, Kartago. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Jetzt ist Maukot aufreißen, ne? Genau. Ah, dieses hügliche Gebiet, das ist richtig eklig. Du kommst hier nirgendwo lang. Ah, noch alles zugemauert hier. Ah, dieser sehr begeisterte Schrei, ich erinnere mich. Ah, dieser sehr begeisterte Schrei, ich erinnere mich. So. So. Ne, wenn schon, der, der gute Panzer. So. Und ein Rambock noch dabei. Und ein Rambock noch dabei. Oh, Mann, ey. Wie bescheid. Ja. Ähm. Stell dir mal vor, so aus dem Graben wird dann so ein fetter Rambock gezogen. Um es den nächsten Graben zu schieben. Ach so, im Ernst, wo ist denn meine Helden? Wir werden angegriffen. Kann ich Ihnen helfen? Warum sind hier so viele Leute? Fertig. Kann ich Ihnen helfen? All diese Menschen. Ich mein, Eisen baue ich hier schon ganz gut ab, so ist es nicht. Aber ich hätte gerne mehr. Kann ich helfen? Ich habe jetzt auch stärkere Panzer. Das ist das Schöne. Oh, guck mal, eine Fälschlange. Mit Leiterturm noch. Ja, stimmt. Von Kumpel-D4-3 habe ich auch schon gehört. Sah echt nicht schlecht aus, tatsächlich. Auf jeden Fall bessere Entwicklungen, als es da noch vorgenommen hat. Kann ich immer mal helfen? Sieht man irgendwo seine Helden? Nicht wirklich, ne? Er hat immer noch seine Billigtür. Er wird halt immer noch nicht besiegt. Du bist immer noch in der Renaissance. Oh, aber der Blaue ist schon... Was für Zeitalterunterschiede hier sind. Der ist auch schon im ersten Weltkrieg angekommen. Oh, Erdbeben. Aua, meine Panzer werden ja echt durchlöchert. Das tut weh. Na, wartet. Ja, das Erdbeben. Ja, Stalleinheiten habe ich jetzt keine zum Hauen, um Eisen zu sparen. Panzer brauchen alle Eisen. Infanterie braucht Eisen. Mörser brauchen kann man. Gut, ich meine ein paar Mörser. Und, ja, Maschinengewehre. Komm, damit machen wir doch nichts falsch. Und ein paar Mörser, ist okay. Schütze Partisanen. Können wir auch ein paar machen. So. Okay, dann hätte ich jetzt gerne meinen Zeitalter Upgrade. Was andere Wieso finde ich seine Einheiten? Mach ich doch. Also gut, okay, die Einheiten, die da sind, diese Reiter, mehr upgraden kann man die nicht. Diese Schwertkämpfer, das ist das Höchste, was geht. Die waren halt einfach noch da. Das sind Restbestände. Oho, ich habe da noch eine große Kanone. Ich glaube, die ist auch schon nicht mehr upgradbar, ne? Nö. Okay, den... Den Arzt könnte ich noch machen. Den Arzt. AZT. Oh, neues Eisen. Sofort erschließen. Sie werden den Fluch vertragen. Halt, 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 so. Taka, 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 taka. Ah, okay, ich habe es ein bisschen übertrieben. So. Oh Gott, nein, nicht die Bombarden. Hier muss ich dann ein neues Fluchfeld aufbauen. Das wird die neue... ...Operationszentrale. Messerschmitt, ja. Spitfire, alles klar. Und ein Heikel. Ein B29. Das fühlt sich etwas einseitig an. Gefällt. Weitermachen. Was ist denn das für eine Wanderung hier? Okay, wir sind ganz gut dabei, würde ich sagen. Shacklefort und Rommel. Okay. Okay. Die Panzerchen kann ich jetzt auch aufwerten. Zum... Was? Moment mal, was? Aufwertung zum Panzer. Panzer. Das wäre ein Schirm. Das würde ich mal einfach machen. So, Marine. Ach, die deutschen Infanteristen waren irgendwie... Die gibt es hier gar nicht, ne? Die waren wirklich so eine Spezialität für die Kampagne rein. Aber die waren so stark wie diese Marinesodaten vom 2. Weltkrieg. Nichts da. Oh, Wirtschaftsabgeordnete. Ja, ja, ja. Bitte. Sammeln und Jagen und Holzgewinnung wieder. Fertig. Kann ich Ihnen helfen? Wir werden angegriffen. Als Buffet. Fertig. Unverzüglich. Zum Buffet. Alles sollte atmen. Yay. Das ist ein... Das... Was bist du? Ich... Ich bin mal überlegen, ob es ein Panzer IV hat oder ein Panzer darstellen soll. Das ist ziemlich unklar. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Panzer IV. Eine Aus... Eine von den, ähm, Ausführungen mit langen Rohr. War schwer zu erkennen. Spontan. Ich bin mal überlegen, ob es ein Panzer IV hat oder ein Panzer IV hat oder ein Panzer IV hat. Ich bin auch gut dabei. Ich bin auch gut dabei. Ich bin schon kurz gut technologisch. Ja, Power. So, bitte alle Flugzeuge mal umstationieren. Das konnte ich doch auch machen, oder? Konnte ich nicht einfach sagen, umstationieren bitte alle... Wir werden angegriffen. Mal brechen. Ich glaube, ich musste die direkt auswählen, ne? Oh, ich kann die sogar nochmal aufwerten. 17. Das Byzantinische Reich, wer kennt's nicht? Hier im Weltkrieg gegen Kartago. Aber irgendwie sind die Kampfgeräusche zu laut im Vergleich zum gesamten Rest. Ja, komm, was soll das? Erhebungssounds, ja. Sound, Musik, ja. Das kannst du auch... Ja, das ist alles zusammen. Irgendwie habe ich es anders in Erinnerung von der Abmischung. Jetzt wollen wir hier mal am Kotzen. Das ist ein Düsenjäger, jees. Ja, das sind sie. Äh, dürft gerne hier rein. Ich glaube, ich habe die doch auswählen können und sagen können, bitte... Naja, ich weiß nicht. Ich dachte, man konnte die einfach um... ...disponieren. Ein paar B-17 und den einen oder anderen großen Bum-Bum. Ja, also die Byzantiner sind auch ganz gut dabei. Kommt auch schon mit Panzern reingefahren. Nur die Roten sind irgendwie im Mittelalter stecken geblieben. Irgendwie bleibt denn die KI manchmal einfach in dem Zeitalter stecken, ne? Schon interessant. Oh, habt ihr... Habt ihr irgendwas abgebaut? Ich glaube, das war einfach das Holz, was weg ist, oder? Ach, Alter. Ressourcentechnisch kennt sich immer noch besser aussehen. Gut, okay. Ich habe jetzt auch gerade dieses Flugzeug hier gebaut und abgegradet. Ich brauche mal meine Artillerie. Kommt mal alle hierher, bitte. Hier auch. Habt Spaß hier unten. Das wird noch kein Lüftabwehr sein, aber der Lilaner macht mir Sorgen, weil der ist, glaube ich, jetzt schon wirklich auch im Weltkriegszeitart angekommen, ja. Ist ja einer der großen Boom-Booms auch schon fertig. Oh, ja. Mehr, äh, mehr... Er fängt recht weiter, bitte. Mehr Knall-Boom-Peng. Aber ich glaube, das wird's auch erstmal tun. So, Freunde. Ich zeige euch mal ein bisschen Zivilisation. Zivilisation, ne, wo machen wir die denn hin? Machen wir die mal da rein. Kuckuck. Oh, ja, oh, ja. Kann sich sehen lassen. Empire Earth macht in diesen Zelt einfach am meisten Spaß. Wenn man so richtig rum-böllern kann. Jetzt gerade mit der höheren Zoom-Stufe ist es auch mit den Artillerien viel cool. Ich glaube, jetzt wäre die deutsche und die russische Kampagne auch richtig cool zu spielen, so. Gucken wir mal noch ein bisschen Artillerie dazu. Und dann können wir eigentlich schon in Richtung Moderne. Stattes Gutschturm, genau. Und da ist noch eine. Wuii. Ah, voll aufs Feld geworfen einfach, alles klar. Das Getreide ist unser Weind. Entschuldigung, ich habe gehört, er will noch ein bisschen gebombt werden. Ja, es will. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Fertig, start. Okay. Oh, eine Menge Maschinengewehre. Komm mal runter. Was ist hier unten? Oh, ein paar Böhmchen, alles klar. Das antike Griechenland hat mittlerweile auch schon eine Hobbitzen auf. Da hat Plato sich ein bisschen angestrengt. So, ich kann der Welt unterbauen. Ich spare mir die Ressourcen gerade noch für die Zeitart-Upgrades, weil die kosten ja auch ziemlich was. Außerdem, ich glaube, die Selbstteilung wäre das Einzige, was wirklich interessant wäre noch. Liebe KI, hast du noch irgendwas für mich? Da oben ist noch Gold. Ich pack es. Ich pack es einfach nicht. Gebt euch die. Und er wird von denen ja auch noch wirklich überrannt. Ich schicke mal ein paar von den Maschinengewehren rüber. Die sollten eigentlich reichen. Der wird hier von dem... Hä, was ist denn das? Komischer Stein. Geld bringt das Ding nach Hause. Das ist halt echt so, ne? Moderne. Fertig, Sir. Oh, der hat auch schon, ne riesen Flugzeugspur hier dabei. Bei den Sicht muss ich auch mal aufpassen. Ach stimmt, Schiffe könnte ich auch mal... Oh Gott, die habe ich jetzt ewig lang vernachlässigt. Fällt mir gerade ein. Oh, hi. Ein bisschen ungleiches Duell, würde ich sagen. Okay. Yay, Moderne ist da. Wir werden angegriffen. Und... Und... F-17, F-15, B-2, B-52 und die A-10. Wir werden angegriffen. Ah, Panzerabwehr. Das könnte ich auch Kampfhubschrauber machen. Gut, ja, mal Zeit hier. Gut, ja, mal Zeit hier. Aber die Artillerie bleibt immer die gleiche, lustigerweise. Okay. Ah, jetzt wird er endlich mal auch... Jetzt kommt der Blaue mal rüber und... Ich würde ja gerne sagen, er pumpt ihn in die Steinzeit zurück, aber... Er ist da ja nie weg von. Von daher... Naja. Ja, stimmt. Im Ed-On gab es noch das Weltraum-Zeitalter, ich erinnere mich. Da gab es allgemein so eine Weltraum-Story. Ah! Gold gewinnen, Eisen gewinnen hier. Sankt-Alban ist... Oh, je, 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 ich bin hier schrocken. Von der eigenen Nuke. Wir werden angegriffen. Ja, klar. Nur zu. Okay. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Läuft doch. Ich weiß nicht, das ist... Irgendwie schon so... Auch so ein lustiger Effekt. Je ungleicher die Partie ist, desto mehr Spaß macht Empire Earth einfach. Weil wenn du schon durch so viele Zeitalter kannst, dann ist es am interessantesten, wenn wir einfach verschiedene Zeitalter aufeinandertreffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich nehme hier mal das Gold. Gut. Ein guter Puter. Wir werden angegriffen. Da ist ja alles schon am abbauen, ne? Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt, wo einmal die ganzen Sachen waren, ne? Da war das Gold, ja. Das passt ja noch. Wo war noch das Eisen? Ja, das bleibt auch noch da. Wo hat er denn überall noch Sachen? Flugzeuge, neue Flugfelder. Ja, stimmt. Zumindest, ja gut, die sind jetzt auch nur minimal weiter vorne. Endlich fallen die hier mal in das Steinzeitdorfer ein. Auch wenn hier noch Arkibatier unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung, warum Kartago keinen Bock hatte. Schwerer Mörser. Oh, oh, Flugzeuge. Aber es sind jetzt eigentlich noch... Es sind noch relativ süße Flugzeuge. Da scheint im ersten Weltkrieg stecken zu bleiben, kann das sein? Äh, nicht ganz erst. Zweiter, zweiter. Heikelbomber. Also eine ziemlich heikle Angelegenheit, ich muss mal ein bisschen weg. Ich habe nicht so viel Flugabwehr dabei, weil ich nicht darauf vorbereitet bin, auf... ...das Gegner zu treffen, auch. Hat eigentlich die Türme nochmal abgeholt? Ich glaube, da ging nicht mehr, ne? Ich bräuchte aber vielleicht ein paar Stinger-Soldaten oder was. Gut, okay. Ich meine, die Jagdbomber sind eigentlich auch ganz gut dabei. Die Tankhappen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich bin auch ganz natürlich der Zeit, Alter, bitte. Kann ich nicht helfen. Gut. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Die Schnelligkeit von Bürgern. Bevölkerungsgrenze noch weiter erhöhen. Das ist okay. Dann wären wir schon in der digitalen Zeit, Alter. Wir werden angegriffen. Nein, nicht meine Helis. Oh nein, jetzt haben die auch schon... Jetzt haben die auch schon die Düsenjäger. Die sind nicht so weit hinterher, tatsächlich. Da fehlt nicht viel. Das wird ein bisschen eklig, den wegzukriegen. Müsst ihr was? Ich setze jetzt mal an. Obwohl... Ah, ich warte mit dem Signal noch. Spielspiel und Empire F2. F2. Grün, schürt zurück. Bisschen nur noch. Dann kann ich schon jetzt nächste Zeit, Alter. Ola. Oh, jetzt kommt der hier mit den blöden Flugzeugen auch noch da vorbei. Ich möchte nur Kartago beenden. Sie hat immer noch Sachen machen können. Sie hat immer noch Sachen machen können. Die waren aber nicht für mich. Ne, ich glaube, das waren meine. Ich glaube, ich habe ein paar von denen. Ja, ich glaube, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich glaube, wir werden noch ein paar Schiffchen. Hier Brücke. Kurs wird gewinnt. Voller Breitseite. Fertig, knapp. Fertig, erwarte. Wir werden angegriffen. Wenn es mit Plan A nicht... Oh, nein. Hier, miesen. Wir werden angegriffen. Ich brauche mal echt mehr Jäger. Machen wir mal die nächste Jägerstufe, dass wir endlich mal Luftraum frei haben, weil die gehen mir gerade ein bisschen auf die Eier. So. Ladiator. Verbessern. Wachposten. Koloss. Kampfkoloss. Kampfkoloss. Aber keine Cyberpferde für uns leider. Wir werden angegriffen. Jagen die Türme zu Laser. Laser gab es echt schon beim Digitalen. Interessant. Jetzt könnten wir noch die Cyborg-Sachen machen. Cyborg-Fabrik und Cyborg-Labor. Ja, jetzt geht es bloß so langsam. Jetzt geht das Antike Griechenland seine Probleme. Aua, aua, aua. Es tut trotzdem noch weh. So, ein paar Wachposten dazu, bitte. So, jetzt werden noch ein paar Jäger rausgehauen. Noch ein paar neue Jagdbomber. Die werden auch nochmal aufgewertet. Das Ganze bekehren eher weniger. Die Erhöhung. Ah, Nano-Zeitalter. Das braucht doch gar nicht mehr so viel. Das ist eigentlich in absehbarer Zeit schaffbar. Ja, komm, dann. Ah, die Jäger habe ich noch gar nicht aufgewertet. Sind diese Gladiator eigentlich besser als die Leopard? Weil es ist... Ich habe halt die leichten Panzer jetzt ersetzt auf die Schwempern. Ja, wohl doch schon, ja. Vor allem, weil die auch eine Laserabwehr haben. Ja, Kommandant, erwarte Befehle. Ja, Kommandant, erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. Darf ich Feuer befehlen? Ja, kommandant, erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. Mal vorwärts. Ah, was hat man denn hier? Ah, Hyperion. Wir werden angegriffen. Ach, stimmt. Krankenhaus in der Front wäre auch eine Idee. Kommandant, kommandant, erwarte Befehle. Ich brauche einfach alle einmal. Sir, Sir, jawohl, Sir. Ja, los geht's. Erwarte Befehle. Jawohl, Sir. Ich warte. Fertig. Erwarte Befehle. Kommandant, 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 kommandant. Pandora, Taurus. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Oh Gott, die Wälder sind abgeholzt. Ah, da drüben geht noch. Alles okay. Gold ist jetzt wirklich ein Problem, mal ausnahmsweise. Aber hier, ja, ich wollte gerade sagen, hier gab es doch noch welches. Wir werden angegriffen. No. Wir werden angegriffen. Die Autosaves immer. Pandora. Das ist eigentlich auch noch dran. Ich weiß gar nicht mehr, was die alles gemacht haben. Das war auch nochmal der, nee, das war der Pol von hier und da war ein Ares, genau. Furie und Sturm. Ich glaube, Furie und Sturm waren Nahkampfeinheiten. Ziemlich viele Fluggelder sind immer noch komplett leer. Aktuell Speicherressourcen für Zeitalteraufstiege. Ich hau ja nicht alles gleich sofort immer in neue. Aber ja, ich meine, auf der Zeit könnte ich jetzt nochmal, aber das größte Problem ist, ich brauche halt Gold. Obwohl Eisen, ne, das ist eigentlich Eisen. Hier, Gold. Für die Jäger. Ja, auch Gold, verdammt. Mal da runter und neues Gold beziehen. Erwarte Befehle. Sir, jawohl, Sir. Sir, jawohl, Sir. Die hier sind noch die alten Flugfelder, die muss ich tatsächlich mal noch... Kann ich einfach sagen, geht bitte da runter? Irgendwie nicht. Ich dachte echt mal, dass das ging. Kommt mal da runter. Ja, da ist es mal im Krankenhaus Reichweitenradius, wie ich ihn kenne. Noch. Uts. 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 Oh, guck mal, ein paar Türmchen. Guck mal, ich komme auch im Nahkampf. Ehrenhaft. Die Türme tun weh. Bist du so ein Seilbruch mit dir wird ein Stein auf den Kopf gehauen, das tut weh? Okay, auch in der heutigen Zeit. Ein Stein auf den Kopf tut halt wirklich weh, aber es ist trotzdem... Okay. Okay. Euer Befehl? Wir werden den Tag verfluchen. Fertig kann ich zu diensten sein. Fühl die Stadt. Ihr Köpfe werden rollen. Unverzüglich. Fertig. Gut. Was haben wir hier? Ein Pegasus-Transporter. Ach, stimmt. Der Apolli hat ja geheilt. Okay. Jetzt können wir mal wieder ein bisschen nachproduzieren. Wie die sich auch überall verteilt haben. Keiner hat so eine richtige Base. Ich würde gerade sagen, schieß die Flak mal oder sowas. Okay, ja, tut sie. Gold, das hat echt ein Problem. Das ist Wahnsinn, was für einen Goldbedarf ich plötzlich habe. Im Weltkrieg war es das Eisen und jetzt ist es das ganze Gold, was weggeht. Komm, Rot, du bist eh im Mittelalter. Ich habe deine Ressourcen besser gebrochen als du. Hat aber alles schon besetzt. Da! Ah, Hallöchen. Gibt es kein... Ne, leider gibt es keinen Marktplatz. Nicht, dass ich wüsste. Bestimmt, Marienwerfen könnte ja auch noch U-Boote machen und so. Ach, jetzt ist die ganze Flotte da hier. Oh, A10 ist nochmal. Tut es nochmal Zeit so langsam für... Ah gut, das sind jetzt die, die frisch produziert werden. Titan. Titan, Titan. Toros Raketen, okay. Kerion war Piu-Piu. Oh, da wird aber jemand sauer. Oh nein, die Byzantiner kommen. Wir werden angegriffen. Langstratten. Artillerie U-Boote mit Range 20 Plus. Oh, das klingt doch nicht schlecht. Ich glaube, das könnte man mal probieren. Wir werden angegriffen. Ähm. Dafür bräuchte ich halt die Marine werfen. Machen wir mal hier eine. Wohin, Kurs, Sir. Kurs wird gesetzt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Da, macht mal jetzt wirklich bitte die Luftabwehr weg. Die nervt mich schon die ganze Zeit hier. Die nächste auch, bitte. Und zwar gleich mit einem ganz großen Bummel. Auf Wiedersehen. Wenn die da so überlebt, ey. Wahrscheinlich das Trident, ne? Ich meine, Flugzeugkrieger gehen. Natürlich auch. Wir werden angegriffen. Ja, Thomas. Jawohl, Sir. Ach, guck mal. Da ist der Gelbe ja immer noch. Wir werden angegriffen. Die Perians können im Wasser laufen. Hm. Stimmt. Ich erinnere mich da grob irgendwie an was. Ja. Gold, Bären. Wir haben es fast Mitternacht. Ich glaube wirklich nach der Partie war es das dann. Oh, jetzt habe ich die Gebäude durchsichtig. Ja, so. Ich frage mich recht, warum manche KIs einfach in Zeitalter stehen bleiben. Aber ich würde mal sagen, Leute. Kartago konnte das jetzt auch mit seinen Arke busieren. Das ist total kaputt. Und es auszugleichen, das gäbe, hätte ich in der Steinzeit bleiben müssen eigentlich. Hm. Wir haben eine Arzttür. Kann man nicht mit angucken, dass es die ganze Zeit noch offen bleibt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. So. Hm. Bitte rein. Äh. Hallo? Kann ich helfen? Wird gerade sagen. Und rein da. Kann ich helfen? Dann machen wir das auch gleich mal hier. Oh, da ist auch noch schönes Gold. Dann mache ich lieber das Zeitalter-Upgrade. Ich könnte eigentlich auch noch raushauen, so. Ähm, da. Nano-Zeitalter. Die letzte Reise. Reise, Reise, Reise. Komm, mach mal den Game da unten noch. Lass dich gut. Da kommt echt noch so ein einzelner Steinschmeißer, ey. Wie die wohl leben so als Nachbarn? Wie so in der modernen und in der Steinzeit? Ja. Ich habe hier noch ein heller Badier. Dein letztes Stündlein hat der Schlag. Mhm. Kann ich Ihnen helfen? Gut. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. F-15. Hier haben wir das moderne Jäger. Wir werden angegriffen. Ah, stimmt. Die Atomobote, da war was. Danke fürs Erinnern. Das müssten diese hier sein, ne? Ich habe jetzt mal ein Tidend gebaut. Das könnte ich dann sogar noch zum Triton machen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ah, Nano-Zeitalter ist da. Okay. Wir werden angegriffen. Perion-2. Da ist der Zeus. Wächte. Zenturion. Ah, Phönix. Nebula. Die Bomber bleiben. Die Helikopter habe ich jetzt auch immer nicht weitergemacht. Goldgewinnung. Wir werden angegriffen. Cyborg, Molotow und Molly rein. An die erinnere ich mich auch. Ah, die russische Kampagne war auch irgendwie cool von der Story. Ja, Kommandant. Natürlich. Erwarte Befehle. Jawohl. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Ja, Kommandant. Positiv. Erwarte Befehle. Ja, Kommandant. So, das Atomoboot. Da. Ja, mit richtig. Oh, je, je, je. Richtig schön die Reichweite nochmal boosten. Berechne noch einen Kurs. Es tut weh, dass da die Titanenbombe abgefangen werden. Roger, Roger. Kommt dann hier heran. Ich habe jetzt auch so einen Wohnzirr-Franze. Wahrscheinlich immer noch. Holla, die Waldfee. So, alle mal bitte hier rein. Nee, Moment, das sind die normalen Jäger. Einer geht. Ich hätte mehr Jagdbomber, bitte. Wir werden angegriffen. So, mein U-Bötchen. Boah, 36 reicht. Das ist ganz cool. Oh, das ist dann Ticket kriegt in den dann sogar. Wenn ich jetzt mit dir sch... Ich nehme mal lieber Verstärkung. Wir werden angegriffen. Hier sind meine ganzen Schiffe hin. Hier ist der Offizie groß wird gesetzt. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Jetzt haben die auch schon die... Ich mache mal die Flugfelder weg. Da ist hoffentlich Ruhe. Ich werde den ganzen Flieger leihen. Oh, boah. Der wird ein bisschen genuket. Wenn ich jetzt hier mal reinschießen wollen, würden die Toten... Wir werden angegriffen. Habe ich da jetzt reingeschossen? Ah. Aha, solche Raketen. Coole Sache. Ihr Brücke. Kurs wird gesetzt. Bereche neuen Kurs. Kurs wird gesetzt. Ihr Brücke. Bereche neuen Kurs. Kurs wird gesetzt. Geht das hier ab? Und die Akkiposierer wissen auch nicht mehr, was ihnen geschieht. Okay. Was ist denn jetzt hier echt am Vorstoßen? Okay, ich mache jetzt mal ein Signal in diese Richtung. Dürre. Ah, das Panzerabwehrgeschütz kann noch verbessert werden. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Das Ding der Soldaten sind noch da. Das ist doof. Bitte gebt mir noch mehr Panzer. Ein paar Wächtersoldaten gehen eigentlich auch. Und der Nächste bitte. Dankeschön. Da sind immer noch Steinzeitmenschen unterwegs. Dass sie bis jetzt nicht schon nebenbei weggebombt wurden, wundert mich. Jetzt hier sind aber noch Helis unterwegs. So, meine Flotte kann mal ein bisschen vorrücken. Oh, jetzt geht es um ein Boot. Mann. Dankeschön. Ach, auf den. Ah, fast. Okay. Irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht so an, als ob wir die Fortschritte machen. Mann, bei dir auch die ganze Zeit Flugzeuge spammen. Ich glaube, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich kann doch... Ich könnte auch Silos bauen, oder? Ne? Oh. Oh, stimmt. Das klingt, das klingt nach einem guten Plan. Ich könnte mir auch mal das ganze Gebiet hier krallen. Wir werden angegriffen. Fertig. Fertig. Wir werden angegriffen. Ich habe schon mal erwähnt, dass die Flugzeuge auf die Eier gehen. Vor allem, wie viele. Ich frage mich zwar, wo die KI das alles hernimmt zum Spammen, aber ja gut. Wenn sie unbedingt wollen. Wie wir jetzt schon mittlerweile Cybox gegen Steinzeitsoldaten sind. Und die sind halt einfach immer noch da. Wie viele Flieger. Jetzt mach doch mal das Tor auf hier. Hier bin ich Mensch, hier will ich rein. Hier bin ich Mensch, hier will ich rein. Return to Monkey, ne? Ja, genau. Endlich ist dieses blöde Tor weg. Welch Tor halt. Jetzt habe ich hier ein paar Jäger. Ich glaube, jetzt wird mich so schnell hier keiner mehr nerven. Jetzt kann ich hier nicht mal hergehen. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Fertig. Wir werden angegriffen. Ja, wir werden angegriffen. So, Ruhe. Griechenland wird sich ja richtig heftig. Die sollen sich mal vergriechen hier. Neues Sammelpunkt hier. Und dann vor allem darauf achten, dass meine Atombombe hier ankommen. Da sind sie. Die können auch mal wirklich hier bekommen einen. Dann mehr Angriff. Vor allem die Flugabwehr weg. Sir, jawohl, Sir. Wir werden angegriffen. Roger. Erwarte noch her. Und dich auch. Auf Wiedersehen. Das ist auch eine Neverending Story hier drüben, ne? Steinset gegen Renaissance hier. Jetzt mach doch mal Fortschritte, bitte. Na gut, ich gehe Truppensäufe. Vielleicht könnte ich ein paar Truppen entbehren. Ja, genau. Dann macht mal. Ah, schön, schön, schön. Maximum. Kann ich Ihnen helfen. Gut. Kartago ist besiegt. Da wurde aber auch Zeit. Die haben sich über alles aufgeteilt hier. Duda. Duda, Duda, Barracuda. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Nur zu positiv. So, wir haben eine Front und jetzt brauchen wir mal wirklich ein paar schöne Panzer. zusätzlich hier. Alter, bitte. Aber auch wirklich Gegenspam die ganze Zeit. Ah, ne, 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 ne. Halt, 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 halt. Hier geblieben. Erstmal schauen, da ich mir einen neuen Standort aufbaue. Jetzt dringt sie auch nicht mehr. Wir werden angegriffen. Ich würde mich halt auch wirklich gerade nochmal zurückdrängen. Wir werden angegriffen. Okay, okay. Planänderung. Ich hätte gerne einige Jäger und dann noch mehr Bombe da. Meine Wirtschaft hat immer noch nicht ausreicht. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Kann ich Ihnen helfen? Fertig. Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich muss nicht mal schauen, ob es noch irgendwelche Eisenquellen gibt, die ich nicht anzapfe. Kann ich helfen? Die hier könnten noch besser werden. Wir werden angegriffen. Cool. Ja, cool. Wir werden angegriffen. Ach, verfehle. Mach mal die Jäger weg, bitte. Danke. Und hier die Abwehr. Jetzt kommen mir sogar noch Steinzeittypen dazu. Mach die mal weg, die Nerven. Alter. Totales Chaos. Machen wir erst mal noch ein paar Türme. Oh man, die laufen alle in die Flugabwehr rein. Bitte nach unten. Hier sammeln. Oh. Aua. Was hat mir getan? Wie die jetzt halt wirklich übelst ausgebrochen sind. Weil er plötzlich im selben Zeitarm mitspielt. Das bleibt bloß nicht. Ihr seid cool. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Gut. Kann ich Ihnen helfen? Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ares einhalten. Wir werden angegriffen. Stimmt, Ares war glaube ich gar nicht mehr so schlecht. Machen wir mal ein paar Ares. Dazu daneben nochmal Panzer- und Luftabwehr. Kann ich helfen? Gut. Ich komme halt einfach nicht darauf klar, wie die die ganze Zeit hier immer noch vorstoßen können. Wie viele Elefanten sind hier eigentlich unterwegs? Fertig. Unverzüglich. Unverzüglich. Fertig. Fertig. Unverzüglich. Jetzt komme ich hier sogar noch gegen. Ich hätte das eigentlich beenden sollen, als ich noch technologischen Vorteil hatte. Jetzt habe ich den halt nicht mehr so direkt. Wir werden angegriffen. Unverzüglich. Gut. Fertig. Fertig. Unverzüglich. Okay, wir sammeln mal noch ein bisschen. Dann kann es bald losgehen. Gut, hier geht es jetzt auch endlich mal voran, aber... Ich wollte eigentlich da drüben meine Base aufbauen, aber jetzt habe ich mich umentschieden. Jetzt mache ich hier eben die ganzen neuen Flugfelder hin. Unverzüglich. Gut. Unverzüglich. Fertig. Gut. Gut. Unverzüglich. Erwarte Befehle. Roger. Okay. So langsam wird es. So, alle mal in die neuen Flugfelder. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Fertig, Sir. Auf Befehl. Fertig, Sir. Und hier nicht bewegen, bis ich wirklich was gemacht habe. Einer ist besiegt, ja, der, ähm... Der hier. Kartago. Meine Güte. Das ist aber auch, weil das Gelände so eklig hier ist. Na, sehr gut. Oh, la, 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 la. Okay, da kommt ein bisschen was. Ich muss mal hier... Luft hochheit. Und dann schicke ich mal die ganzen Truppen nach. Und einhalten. So, aber jetzt möchte ich hier eine gute Turmfront aufbauen. Dann geht's auf zum letzten Angriff. Ah, Flugzeugträger. Ähm, ja gut, ja, aber dann weiß die Distanz jetzt auch nicht. Obwohl, die haben ja auch eine Base, ne? Ich könnte ja einfach mal mit meinen... Mit meiner Marine da ein bisschen unterstützen. Ja, jetzt haben wir doch mal langsam ein bisschen was. Kann ich helfen? Fertig. Gut. Kann ich helfen? Unverzöger. Fertig. Kann ich Ihnen helfen? Unverzöger. Was ich ja viel mehr an diesen Weltkriegsflachs mag, ist, dass die halt Instant schießen. Statt diese, äh... Verzöger, dass die Raketen irgendwann ankommen. Das ist gar nicht mal so cool, was ich hier sehe. Wird hier jeder mal einen Jäger rauslassen. Sofort der Helikopter Raid plötzlich. Bitte mal wegmachen, danke. Ja, also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Sir? Sir? Okay. Sir? Ich warte Befehle. Positiv. Oh, oh. Äh, da muss ich aufpassen. Wir werden angegriffen. Erwarte Befehle. Wenn mir da die 52 plötzlich reinbombt. Beziehungsweise sind Zitanenbomber sogar. Tut es ein bisschen mehr weh. Okay, wir sollten mal die Flugzeuge vorziehen. Erwarte Befehle. Sir, positiv. Erwarte Befehle. Ja, Kommandant. Positiv. Puh, ja, genau sowas. Ja, komm, ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Ja, komm, ja, Kommandant. Okay, ja, Kommandant. Ja, komm, ja. Okay, jetzt haben ein paar Philipp-Atombomben gleichzeitig abgeworfen, aber passt ja noch. Oh Gott, die haben diesen komischen Sturm beschworen. Anti-Materie-Sturm. Och, nö. Ja, warte Befehle. Montja. Wir werden angegriffen. Oh, no. 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 Unverzüglich gut. So. Voran. Wie die sich ja wirklich eingebungert haben. So, erst mal schön die ganze Luftabwehr ausschalten. Hier gibt es ja sowas wie Strom nicht. Okay. Guck mal, der ist ja immer noch da. Wir werden eingeblüfen. Wir werden eingeblüfen. F2150. F2150 habe ich mir tatsächlich auch mal so hinterlegt. Also das werde ich auch irgendwann mal spielen, auf jeden Fall. Wann, ist eine gute Frage. Ach, ich bin noch hier. Oh Gott. Der hat auch überall Truppen, ne? Erwarte Befehle. Wir werden angegriffen. Roger. Sir? Kann ich helfen? Wir werden angegriffen. Fertig. Unverzüglich. Fertig. Erwarte Befehle. Ich warte. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Ich warte. Erwarte Befehle. Roger. Im Notfall geht auch alles mit Panzer-Spam. Aber Artillerie ist jetzt auch da. So, wir können mal die Flugzeuge weiter vorziehen. Hier wollen wir jetzt auch unseren Spaß haben. Beim Roten ist was. Oh, Tatsache. Alter, sind die mich bis hierhin... Die haben mir echt eine riesige Aresflotte reingeschickt. Okay, wisst ihr was? Meerjäger. Wir versuchen mal da hinten zu intervenieren irgendwie. Sie Ich warte. Okay, Sir. Ja wohl, Sir. Wir haben heute Befehle. Was ist denn Griechenland plötzlich für ein Berserker hier? Jetzt geht er sogar durch den anderen mit durch Was hast du denn nur noch einen Heikelbomber? Komme ich überhaupt bis da durch? Das ist eine gute Frage, ne? Ob der Sprit bis dahin reicht Ich hoffe es Ja doch, sehr gut sogar Dann mach die mal weg Wie die spammen auch Wir werden angegriffen Okay, die Byzantiner schlagen zurück Jetzt bitte mal hier unten angreifen Ich fürchte, das müssen sie allein schaffen Okay, dieser Flugstützwung kann jetzt mal hier ein bisschen abfangen Dass da gar nicht mehr das Gegner mehr rüberkommen Prost Jetzt ist da schon wieder ein blöder Sturm Positiv Positiv Ja, mach mal die Art hier noch weg Ja, mach mal die Art hier noch weg Ein paar normale Bomber Ist doch nicht so teuer, wenn ich die verliere Und ja, ich habe Hakepäte, ich habe ein Deutschpatch drauf gemacht Dann noch dieses Empire Ja, es gab auf jeden Fall noch so ein Fanpatch Und dann gab es noch eine Datei, die ich ausgetauscht habe für die höheren Zoom-Stufen Ich habe ein bisschen rumgespielt heute Mit dem Spiel Ich habe mit dem Spiel rumgespielt, genau Ich habe eigentlich eine Menge Gold Ich glaube, ich könnte mit dem Gold halt ja genau Ares Einheiten Könnte ich einfach nur rausdrücken Da kann ich eigentlich so viel machen Okay, jetzt ist Gold weg Das fällt ein bisschen zu viel So, bin ich dann zurück Fange ich jetzt wenigstens gut Gut abfangen ist relativ Nee, 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 nee Hört mal auf Yes, yes Ey, ich komme einfach nicht drauf klar Wie man den einfach nicht kaputt kriegt jetzt Dann fangt ihr oben ab Hier soll ich immer mehr einfach mit Türmen ausgleistern Und Flax Wir werden angegriffen Kann ich Ihnen helfen Unverzöglich Kann ich helfen Gut, unverzöglich Alter, ernsthaft jetzt? Muss wenigstens? roy Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, zumindest in der Hinsicht gibt es leichte Fortschritte So, mal bitte hier die Bomber wegmachen Und den Titanenbomber bitte So, vielleicht wird es ja wirklich besser, wenn jetzt mal hier der Herr zugemacht wird Finde den Krisenherrn Jetzt kommt hier schon wieder die Steinzeit-Invasion Oh oh Abwehren, abwehren, abwehren Ja, genug Ares sind echt Gold wert So, jetzt mach ich den Gelben mal platt Schnauze voll hier Jetzt ist aber Ruhe hier Sogar hier ist ein Flachs aufgebaut Wo nimmst du bitte die Ressourcen für so einen Spam her, ne? Nie im Leben Ja, der schickt die da doch locker auch noch Ressourcen Das kann ich mir echt vorstellen So, neues Gebiet abstecken Hauptsache die Jawohl, ne, wirklich vorstoßen tun sie nicht, aber Das ist einfach krank Ja, das ist einfach krank Minotauros zwei So, Gelb Gibst du bitte endlich auf Der Deck, der geht wahrscheinlich wirklich das Letzte drauf von allen hier Hi Griechen, Leute Piu Komm, der Rest ist doch jetzt nur noch vormt Nicht im Ernst, dass jetzt hier noch die Mach den mal bitte weg Da vergisst man einmal Die Flachs aufzubauen, ne? Die Flachs aufzubauen, ne? Bitte Oh Mann Sind die jetzt echt schon wieder? Macht bitte einfach fertig hier Wie die jetzt hier oben auch wieder komplett aufgebaut haben Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Ich mach jetzt die Flugfelder kaputt Oh Gott, leichter gesagt als getan Hier halten ja echt viel aus Okay Gesamte Luftflotte kann jetzt mal hier rüber Wenn das eine schwere KI ist, würde ich ja verstehen, dass die so cheaten können, dass die so rausdrücken Aber wenn normal ist, ist das ja echt schon krank Jetzt sind die echt Sperrträger, die auf meinen Panzern rumhacken Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Wir werden angegriffen Äh War ich das? Hab ich mich da selbst beschossen Irgendwie Können wir endlich Schluss machen, liebe Leute Wie viel hat der denn da noch aufgebaut? Wie so eine Wucherung einfach nur Und der Lilane auch Wann ist das mit Kehrungen oder was? Mach mal verbindet Jetzt übrigens eine gute Menge Dorfbewohner pilgern hierher Holy Und da hinten ist nur so eine kleine feudale Siedlung einfach aufgebaut Hier die übelste Laserschlacht Die Map war übelst verwirrend Auch für die KI ist einfach nur Ich glaub das müsste jetzt bald gewesen sein Ich frag mich nur, wann die halt mal aufgeben dann, ne? Halb einse schon Krank Sorry, wenn ich jetzt auch hier und da nicht so oft auf den Chat geschaut habe Da hab ich mal wirklich konzentriert Das jetzt mal zu Ende zu bringen Verbinden sind irgendwie nutzlos Das ist halt irgendwie echt so, ne? Weil zum Glück ist wenigstens einer bis ins Endzeit Alter, stell dir mal vor Der wird auch so in der Steinzeit hängen geblieben oder so Jetzt ist hier wirklich alles überwuchert Endlich mal Aber Alter, was wollen die an Feldern wieder auf? Was hat er hier versucht? Und wo hat er jetzt bitte noch Sachen Dass der immer noch nicht aufgibt? Alter, die gerittenen Bogenschützen jetzt Jetzt müsste es doch gewesen sein Vielleicht noch die Marine weg So, wo ist jetzt noch was übrig? Warum hast du noch nicht aufgegeben? Kann ich eigentlich noch schneller machen? Ja, kann ich Ah, mehr jetzt 2,50 geht aber nicht Dorfzentren und Dorfbewohner zu stören vor Ich kann alle mal auf Patrouillieren, ne? Auf Erkunden schicken Ich glaube, bei Erkunden haben die doch Patrouillieren war... Ne, Patrouillieren war glaube ich Dass die automatisch angreifen, oder? Lass die automatisch suchen und zerstören quasi Ernsthaft, die sind noch Heckenschützen hinter der Steinzeitsiedlung versteckt Das ist nicht euer Ernst Endlich wurde Kartago mal besiegt, ey Jetzt haben sie es endlich mal eingesehen In der letzten Siedlung, dass die keinen Bock mehr haben wollen Alter, haben die jetzt noch alles voller U-Boote? Das ist nicht euer Ernst Tatsache ist, alles voller U-Boote von denen Erkunden und aggressiv Okay Verhalten Aggressiv Unterkunden war es Okay, alles klar Danke Weil ich wollte gerade sagen Irgendwie kann ich mich erinnern, dass es irgendwie ging Dass die Einheiten für einen Suchen und Zerstören gemacht haben quasi So, Ende hier Der Brücke Wo hat der jetzt bitte noch irgendwas, was noch nicht zerstört ist? Die U-Boote, klar, aber ich meine, an Gebäuden hat er doch nichts mehr jetzt mittlerweile. Ah, jetzt. Alter! Ja, Sea Kings wären auch eine Idee gewesen, ne? Uff. Okay, wenn ich beende, komme ich jetzt zur Statistik, ne? Ich glaube, die Statistik ist einfach zu mächtig, um geladen zu werden. Alter! Angeblich war aber mein Verbündeter im Militär viel besser. Als jetzt in Griechenland, das kam mir aber nicht so vor. Der hat viel mehr Einheiten, war Hass zur Hölle. Na gut, der hat ständig diese Sternzeitmenschen umgenudelt, glaube ich. Aber Helden machen die KI keine. Wo bin ich da? Was ist der? Das war, ne. Hä? Ne, das war nicht. Wer von euch war das antike Griechenland? Ach, der Rote war antike Griechenland, ne? Ne, ne. Ne, der Rote war mein Verbündeter. Warum ist der plötzlich in dem Zeitablauf stärker? Als hier das antike Griechenland, was so übelst lange rumgenervt hat. Oh Mann. So, in der Mischstärke, Bürgerzahl. Ah, ja, solche Sachen. Gesamtbevölkerung. Ach, Gesamtbevölkerung war das vorhin, deswegen. Hei, jei, jei. Cyber Griechenland gegen Steinzeitmenschen seid echt so. Äh, Lila, beziehungsweise, ja. Alles klar, ja. Das war doch ein bisschen längerer Stream als geplant. Ähm. Ja, genau, das hier ist der Patch, den ich drauf gemacht habe. Neo Empire Earth Edition. Wenn jemand danach suchen will. Ja, das war ein erster schöner langer Stream. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich... Ähm. Ja, zu neuen Videos dann nächste Woche. Da geht's dann wahrscheinlich auch mit Tabs weiter. Und irgendwann startet dann auch Tabirians an. Und weitere KI-Kämpfe kommen natürlich dann auch bald, die Wochenenden. Und das Lovalis-Projekt geht auch weiter am Montag. Also der nächste Stream, den ich mach, wird wahrscheinlich am Montag Lovalis sein. Okay, soviel dazu. Und dann nächsten Freitag... Könnt's gut sein, dass ich nächsten Freitag auch was streame wieder. Was? Schauen wir einfach mal. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, danke für alle, dass ihr alle dabei war. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel auf den Stream eingehen konnte, weil ich dann wirklich jetzt die letzten zwei Stunden total konzentriert war, um irgendwie dieses Spiel zu beenden. Aber ja. Dann... Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.